Das ist die Capture-Karte hier noch anders. Wahrscheinlich hier auch, ja. Aber gestern haben wir das tatsächlich ordentlich gespielt und es hat richtig Bock gemacht. Wir haben Mensch Ärgerlich nicht gespielt und Uno. Das war sehr witzig. So, hier sind wir richtig. Dann brauche ich noch das hier kurz. Blipp, blip, blip, bop, biep, so. Wo ist das Spiel? Da. Brötchen, selbstgemachte Marmelade. Was hast du gegen Rübenkraut, Icke? Und Kaffee. Ich würde eh nur ein, 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 ein. Meine Freude zu Gamescom kommt gerade ein bisschen raus, weil dadurch, dass ich das gerade noch mit der Perücke mal kurz getestet habe, ob das jetzt wirklich ordentlich aussieht, weil als ich das erste Mal die Perücke aufhatte, sah das echt nicht ordentlich aus. Da sah das richtig scheiße aus. Bin ich gerade ein bisschen, äh, ein bisschen drüber. So, wir waren hier in diesem Raum. Ja, sind natürlich eingesperrt im Morgenmantel und haben noch nicht so rausgefunden, wie das, also wir werden hier wieder vergiftet. Ähm, da ist einfach nur 100% Zucker. Ja, aber das ist wenigstens kein, aber das Produkt selber ist, besteht ja einfach Zucker. Ich finde Rübenkraut, aber ich meine, okay, ich liebe Zucker, das ist einfach so. Aber bei Rübenkraut finde ich das geilste eigentlich daran, dass wenn du in der Zutatenliste guckst, steht da einfach nur Zuckerrübe. Von mir nicht. Und das war's. Und das finde ich cool. Persönlich. Ich weiß, dass wir letztes Mal da gestorben sind. Ich weiß aber noch nicht, warum. Ich hab's noch nicht so raus hier. Ich bin jetzt einfach mittlerweile aufgeregt darüber. Wir singen. Ich wollte mir auch morgen dann nochmal die Haare färben, dass die wieder ordentlich aussehen. Auch wenn ihr die auf der Gamescom nicht sehen werdet, weil ich eben eine Perücke aufhabe. Aber ich weiß ja auch nicht, wie lange ich mit dem Kostüm dann immer die ganze Zeit rumlaufen möchte. Das kommt ja noch hinzu. Ähm, ja. Aber ich freu mich einfach. Ich freu mich einfach, euch Leute zu treffen, die, die da sind. Ich freu mich einfach, darüber zu laufen. Ich freu mich irgendwie, in einem Cosplay rumzulaufen. Wird einfach geil. So, wir gehen mal dann hier hin, weil wir letztes Mal halt, wie gesagt, auf der rechten Seite gestorben sind. Oh. Ich weiß nicht, was passiert. Was passiert hier? Was war das für... Warte mal. Können wir mal kurz hier hin und gucken, was passiert? Ah, oh. Ah. Wester kommt in a Maya Temple because he, um, has a case with... Oh my god, what's the English? I don't know how to pronounce it. I have no idea. Um, because why not? Because he has a case with some people who made a trip to research the Maya culture and one person went sick there and everyone thinks it's just a curse from this temple and now he's just like thinking through how the temple is built to achieve um to achieve a clue what's what what happened in the temple so he's just thinking about how the temple works how it's built what kind of traps it has so I'm stuck in the temple because I have to think this through now so this is just in his head I hope it was understandable I talked so stupid shit right now he took drugs Ja, aber er hat gar keine Drogen genommen in Wirklichkeit spielen wir Indiana Jones eigentlich schon Aha Yes, I know Aber woran ist das denn abhängig davon, dass da Gift kommt? Wir sind gerade hier entlang gelaufen ich hätte jetzt gedacht wir laufen der Wurzel entlang aber hier sterben wir Oder ist das drugs in play explains it all But I don't think he has taken drugs so I'm not sure why this is even happening And I have no clue how to get through here seriously I don't know I'm just trying now because I I don't know because I don't know that's the Okay, das steht da auf But I think we're making it pretty well Es gibt nur ein Weg, Isa Ja, aber ich weiß nicht woran das abhängig ist wenn das Giftfeld kommt Ich meine überall war das klar, was passiert Ich versuche halt gerade den Wurzel hier ein bisschen lang zu laufen Schau dir die Köpfe an Die Köpfe Aber die lächeln alle Warte wo sind wir letztes Mal gestorben? Okay, danke Fieber Voller Spoiler Das ist voll gemein weil du rennst dann an manchen so vorbei und siehst das gar nicht Hä? Zum Beispiel Das ist voll dumm Was für eine Reichweite haben die denn? Giftstatt und sind nicht happy Aber was ist das denn hier? Ich sehe die doch gar nicht Das ist so eine Hä? Ach, die rotzt mich an Ah Okay Die rotzt mich an Okay, da werde ich auch angerotzt da werde ich angerotzt Hier werde ich nicht angerotzt Da werde ich angerotzt Da werde ich angerotzt Hier angerotzt Hier werde ich nicht angerotzt Da werde ich angerotzt. Hier werde ich... Nein! Nein! Okay. Äh, nein. Äh, ja, nein. Wieso laufe ich jetzt hier entlang? Hier werde ich angelächelt von allen. Da werde ich wieder angerotzt. Da werde ich auch angerotzt. Da werde ich auch angerotzt. Hier. Nein! Scheiße! Ah! Okay, das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Warte mal, was? Ach, kacke. Lauf links noch entlang. Das ging doch gut. Hallo, Jomo! Ist euch das jetzt wirklich die ganze Zeit aufgefallen? Ich renne halt... Ich habe halt immer diese Panik. Mit dem Geräusch. Deswegen war ich auch wahrscheinlich jetzt so... Hier sind alle Staten. Happy? Bist du auch happy? Ja. Die hier? Ja! Die, wir sind alle happy. Ach, guck mal. So, ein bisschen nicer. Äh, ba-ba-ba-ba-da. Mir war das gerade dabei aufgefallen. Mir war... Achso. Ich habe es halt auch... Ich habe halt auch... Irgendwie, wenn du reinkommst, siehst du eigentlich nur happy Gesichter. Deswegen war ich so... Was soll hier anders sein mit denen? Ich verstehe das nicht. Was passiert hier? Dann die Fremde und Martin gewinnen ein paar Federn. Jomo, wie kommt es jetzt eigentlich, dass du Samstag auf der Gamescom bist? Du hast doch gesagt, du möchtest höchstens Dienstag dann auf die Gamescom gehen. Wie kommt es jetzt? Oh, erst mal duschen. Das ganze Gift abmachen. Das ist eigentlich auch ein gutes Setting für Tomb Raider. Also die Rätsel im Tempel sind gar nicht so schlecht. Man muss halt ein bisschen drüber nachdenken. Und das andere wäre wieder eine Sackgasse gewesen. Das Einzige, was ich doof finde, ist immer, dass du hier so zwei Gänge hast. Und du dann auf der einen Seite eine Sackgasse hast. Und ich verstehe das halt nicht. Macht halt keinen Sinn. Und hier dann immer ein Strain. Habe am Dienstag leider keine Zeit. Deswegen Samstag wollte ich ja eigentlich vermeiden, dich da zu sehen. Wow! Dann kann ich hier auch aus dem Weg gehen, wenn du willst. Wie komisch, dass diese Brücke irgendwie zusammenfällt. Das überrascht mich jetzt. Das war leicht. Ich habe ein Rätsel leicht gemeistert. Das war sweet. Kinda. Aber Joe hat halt Angst vor mir. Ich kann das verstehen. So, ist das jetzt der Tempel, wo die nie reingekommen sind? Wahrscheinlich, ne? I never mind. Wir laufen hier einfach rein. Bestimmt auch keine Falle, wo wir sterben oder so. Ich mach mein Gesicht jetzt mal nicht weg. Oh nein. Oh, schön. Hm. Spieße. Oh Gott, oh Gott. Warte. Das können wir... Was ist das? Das ist die Statuette, die Marley, Sir Charles und Greystoke unter sich aufgeteilt haben. Ah, tatsächlich. Okay, von oben kann zumindestens kein, äh, keine Kugel runterfallen wie bei Indiana Jones. Das heißt, alle drei waren da mit drin. Ich habe natürlich komplett wieder vergessen, wer wer war. Sir Charles war der, der, ähm, der das Clubhaus besitzt. Ich glaube, Greystoke war der, der gestorben ist. Und Marley war der Puppenmacher, jetzt sag ich mal. Von oben kann aber ein Blitz sich erschlagen. Muss auch wieder los, bis die Tage... Joe, bis die Tage... Schön, dass du kurz reingeschaut hast. Das wär's noch, ey. Ich meine, es ist schon schlimm genug, weil wir eh hier aufgespießt werden. So. Kein Schlüsselloch und keine Klinke. Es muss einen Weg hineingeben. Kannst du doch hier durch die Öffnung das quitschen. Das funktioniert best, Stranger. I think so. Boah. Boah. Okay. Ich würde mal gerne... Okay, das funktioniert nicht. Ich hätte sonst kurz irgendwo reingeguckt und gedacht, hm, ja. So ein Ticket gekauft, bin ab 16 Uhr da. Hoffe, es gibt keinen... Das. Ich hoffe auch. Ich hoffe, du kannst es noch ein bisschen genießen, dann, Sergej. So, woran mache ich jetzt abhängig, was ich drücken soll? Ich meine, der Kalender... Ich zeige diese Figur mit. Ich trage etwas. Gibt's das hier irgendwie nochmal? Da ist ein Brötchen. Das sieht einfach aus wie ein Brötchen. Die Antwort ist nein. Gibt's hier irgendwie was, was wir sehen können? Nein. Als ob ich jetzt... Aber guck mal, da drunter sind so Punkte und so Linien. Gibt's hier irgendwo ein Hinweis darauf? Oder muss ich dann quasi mit der 1 anfangen? Also mit der... Ich fange jetzt mal an. 1. 2. Jetzt sieht's gut aus. 2. 1. Ich habe eine 4. 4. Hier. Eine 5 gibt's nicht mehr, ne? Dann müsste das ja der sein. Aua. Gab's doch eine 5? Warte mal, wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah ja, okay, vielleicht gab's doch eine 5. Wo waren die 5? Es gibt keine 5. Okay, wir wissen, wie das anfängt, das Rätsel. Aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hä, wieso gibt's keine 5? Warte mal. Da haben wir die 1. Da ist die 2. Da ist die 3. Da ist die 4. Ist ein Balken dann eine 5? Ich probiere das mit den Balken jetzt aus. Der Balken müsste ja dann die 5 sein. Da liegt auch noch was am Boden. Was ist das? Das ist ein Schädel und das ist ein Kalender. Ein Maya-Kalender, der mir aber gar keinen Aufschluss darauf ergibt. Wie ist es? Der ist einfach nur ein Beweismittel eigentlich im Fall. Und sie haben ihn wahrscheinlich dahingelegt, um mir zu sagen, den Kalender haben die übrigens auch hier gefunden. Schätzungsweise. So, dann müsste das jetzt hoffentlich die 5 sein. Hm? Okay, dann sind wir jetzt nämlich bei den Balken. Und dann müsste ja erstmal wieder... Wo ist denn der jetzt? Ja. Oder es läuft jetzt andersrum. Das weiß ich halt nicht. Sieht nicht so aus. Dann ist das doch nicht so schwer, wie ich dachte. Ich habe das nur mit dem Balken vercheckt, dass das eine 5 ist. Ja. I'm a master brain. Das ist halt wirklich leicht. Das ist echt viel, viel leichter als gedacht. Vor allem ist im ersten Moment sind die Punkte in dieser Balken darunter gar nicht aufgefallen. Aber okay. Ich habe es halt nur mit dem Balken vercheckt. Visualisierung! Wow. Also, deinen Nutzen darfst du nicht öffnen? Nee, darf ich nicht. Ähm. Ach so, wir sind wieder zurück. Also, wir wissen jetzt, wie der eine Typ seinen Arm verloren hat. Weil... Weil... Weil die Archis einfach diesen Götzen geklaut haben. Er... Beziehungsweise auch den falschen Schalter angemacht hat. Aber die drei... Eigentlich sind alle drei damit schuldig, oder nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Mit deinem Auto darfst du max. 190 Stundenkilometer fahren. Ich glaube, dass das aber auch... Der hat mal wohl wieder die Gier zugeschlagen. 125 PS. Doch okay. Ich fahre mit dem Zug. Haben wir neue, äh, Hinweise? Arbeit wurde zurückgelassen. Ähm. Die Teilnehmer an der Expedition ließen Arbeit im Tempel zurück, nachdem er seinen Arm verloren hatte. Nach der Club-Expedition zum Maya-Tempel der Kiche war das Leben von Albert ruiniert. Arbeit gibt die Schuld an seinem Schicksal. Die anderen Teilnehmer an der Expedition, er sind auf Rache und könnte zu diesem Beruf für den Fluch für sich nutzen. Boah, ey, ich bleibe bei einem Fall überhaupt nicht mehr durch, wer das jetzt ist. Ich meine, eigentlich... ...wollen wir wissen, wer Greystoke... ... äh... ...getötet hat. Verdächtige als kleinen Albert lügt über seinen Sohn. Das Bett könnte eine Person von kleiner Statur gehören und diese Person könnte auch der Mörder sein. Dann würde ja Albert, der... Aber das... Warte mal, das macht doch gar keinen Sinn. Also wir haben gesehen, Moment, wir haben gesehen, dass das möglich ist. Das mit dem Automaten. So. Definitiv. Der Schatz sah die Statue von Tekun-Uman wegrennen. Sie kann sich auch irgendwie lösen. Das haben wir auch gesehen. Wie sehen das aus, wenn das so wäre? Wäre das auch egal. Er könnte seinem Sohn gesagt haben, es zu machen, aber das passt halt mit dem Automaten. Weil die... ...der... ...die Statue war ja definitiv ein Automat. Das haben wir ja gesehen. Also ich würde nicht denken... Er wirkte nicht so, als würde er an Rache denken, ehrlich gesagt. Was haben wir hier beim Zeuge? Der Charles sagt, zur Tatzeit, wir werden an Mali Automaten wegrennen. Was ist denn hier? Der Charles wollte, dass Greystokes stirbt, um seine Sammlung zu halten und verkaufen. Der Charles weiß von dem Fluch. Er hatte die perfekte Gelegenheit für Mord. Der Charles weiß nicht von einem Flucht. Er wusste aber vom Fluch. Das darf man nicht vergessen. Er wusste vom Fluch. Definitiv. Oh mein Gott, das ist doch kacke. Man könnte natürlich auch sagen, hat er sich nicht sogar gefürchtet davor? Warte, wir probieren hier gerade mal ein paar andere Sachen. Es ist aber definitiv ein Automat. Es ist super verwirrend. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Am besten alle töten. Nee, ist klar. Arbeit lügt nicht. Arbeit muss die Pyramide während der Expedition nicht betreten haben, um das Modell herzustellen. Er könnte seine Vorstellungskraft genutzt haben. Da wissen wir aber auch... Arbeit hätte das Modell als ein Pyramid nur dann bauen können, wenn er sie während der Expedition betreten hätte. Was richtig ist, weil wir gerade gesehen haben, dass er quasi in der Pyramide seinen Arm verloren hat. Das ist richtig. So, wir gehen das jetzt hier nochmal durch. Die Aussage von Sir Charles und Bernard Marley stehen im Widerspruch zur Arbeitsaussage. Keiner von ihm will jedoch über den Tempel reden. Ja. Klubschulden. Dass Greystock stirbt, um seine Sammlung zu erhalten und zu verkaufen zu können. Das ist relativ wahrscheinlich, dass er das vielleicht... Wieso sind beide schuldig? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er denkt, dass er quasi der Außerwählte ist. Ich muss da, glaube ich, nochmal die Gespräche durchchecken. Ich will das nicht verkacken. Ich habe da keinen Bock drauf. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Hier, Konversation. Marley's Gießerei. Ähm, bla bla bla. Er war ein aktiver Mitglied, der war Zutapfer. Man kann nicht gegen die Götter kämpfen. Und die Expedition, sie suchten ja, der Tempel von Tick und Umann. Eine von Charles' vielen dummen Ideen. Wir fanden den Tempel, aber eine Art seltsame Kraft erhielt uns davon ab, ihn zu betreten. Eine böse Aura. Ja, auch Quatsch. Es war letztendlich eine Falle, die einen. Oder in den Kerkersperren. In den Kerkersperren, ja. Es war Tick und Umanns Wirken. Wir alle spüren das. Aber der Zustand verschlechterte sich. Die ursprünglich konnten nichts tun. Ja, er hing mit dem Arm in so einer Falle drin. Jetzt, mit Zacharies Tod, ist der Fluch neu entflammt. Nach 14 Jahren, die Prophezeiungen sind endlos. Bla bla bla. Ich weiß nicht, aber ich habe nichts damit zu nichts. Stimmt, aber das war vor 10 Jahren. Das können sie mir nicht vorwerfen. Kann ich nicht. Bla bla. Nein, es ist Tuk and Amun. Aber wer hätte ahnen können, dass er eine einfache Kopie einer Statue auswählen würde? Niemand. Ich glaube, Greystalk an die Prophezeiung, das ist keine Frage. Das Glauben verstehen sie nicht. Zacharias meinte, dass wir den Fluch mithilfe des Kalenders stoppen könnten. Welch irrsinn. Er hätte mir eine Nachricht geschickt. Er wollte mit mir zum Club und Charles davon abbringen, den Kalender als Preis zu verleihen. Ja, ich wollte ja auch eigentlich Charles töten und gar nicht Greystalk. Das wäre ja auch krass. Ich wusste, dass Charles nicht einlenken würde, aber der Kalender würde eh nicht helfen. Tuk and Amun ist viel zu mächtig. Es wirkt ein bisschen, als hätte er Angst vor ihm. Ihr Verhältnis zu Charles, Yellingham ist nicht gut. Wir sind keine Freunde. Wissen Sie, die meisten seiner Expeditionen gehen schief, weil er zu fokussiert auf seine Möchte-Gern-Karriere ist in der Politik. Äh, bla bla bla. Was auch der Grund für seine Management-Missverfolgung durchkam. Ja, hm 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 hm. Ich muss nun los. Noch Papierkram. Wir haben zu lange gesprochen. Er könnte uns zu entdecken. Leben Sie wohl. Er wirkt eher, als hätte er Angst. Ich gehe jetzt da. Ich weiß nicht. Ganz ehrlich, ich finde, der wirkt. Ja, ich weiß, dass ich keine Dinge habe mehr. Furcht. Ich finde, dass er wirklich, dass er einer der Außerwählten ist. Es wirkt nicht so. Oder habe ich noch ein anderes Gespräch? Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch ein anderes Gespräch mit ihm habe. Warte mal. Nee, ist auch das Einzige, was ich hatte. Hey. Also, er ist, er hat Angst. Es ist aber auch irgendwie mit einem Automaten. Also, es ist definitiv ein Automat gewesen. So. Ich finde nicht, dass, jetzt gehen wir noch mal kurz das Gespräch mit Albeit durch. Ich fand, fand aber nie, dass er quasi, äh. Kommen Sie schnell. Ich fühle mich nicht gut wohl. Freuen Sie sich. Oh, Sie sind offensichtlich. Wir warten auf. Mr. Brian, ist das nicht mehr? Nein. Aber wir hatten eigentlich noch ein anderes Gespräch mit ihm. Aber das ist anscheinend nicht da. Ach, hier. Warum ist das so komisch sortiert? Das ist verwirrend kurz. Nein, tüte mich nicht. Sie, oh. Was, aber... Hm, 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 hm. Ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, aber wie durch ein Wunder blieb ich im Leben. Ein Auge und ein Arm verlor euch. Es dauerte lange, aber am Ende schaffte ich wieder nach London. Damals endete meine Karriere und das Leben, das ich bis dahin gekannt hatte. Ich änderte meinen Namen, meine Adresse. Bin ich einen schwachen? Ich meine, er hat das alles gemacht, um, äh, die Leute wissen nicht, dass der lebt, ne? Aber er hat das alles auch gemacht, um seine Familie zu schützen, damit der halt irgendwie nach und nach meinem Blatt, hm, hm, ja, und ich habe gelesen, dass es, wer ist, wie passend. Nun, er betrieb Archäologie fast wie ein Sport, immer auf der Jagd nach Adrenalin. Wobei, das würde eher, glaube ich, so ein Mörder tatsächlich sein, wie viel Adrenalin wohl im Spiel war, während er starb, als Beute. Das ist schon ein bisschen, äh, sadistisch, finde ich. Das ist halt super schwer. Wer auch immer, für mich geht es sowieso bald zu Ende. Und wer war dann wohl der Jäger, Tico Moman? Wer auch immer, da ist er ein bisschen resigniert. Ja, aber in dem Zimmer gibt es nichts Interessantes. Wie haben sie es gefunden? Vor 17 Jahren baute ich ein Modell bis... ...dann ist ein Globus im Club, bevor wir auf die Expedition kehrten. Keine Ahnung, Guatemala träumt sich von einer fehlenden Teil von einer Pyramide. Was auch Quatsch ist, er war in der Pyramide, er hat den Arm da verloren. Ich hatte lebhafte Vision. Achso, äh, nee, er sagt aber... Eigentlich, ich habe versagt und wollte immer wissen, warum nach meiner Rückkehr. Achso. Haben sie daher ihre Vision? Nein, ich sterbe. Zumindest wird mein Sohn sehen, dass ich mein Bestes für mein Lebenswerk gegeben habe. Nach meinem Tod zog meine Frau mit ihm. Aber es sind alle nichts. Olivia besucht mich ab. Aber was bringt das Leben mit einem Krüppel als Vater? Sie werden mich wieder verlieren. Das wirkt halt überhaupt nicht so, als hätte er seinen Sohn. Ey, für mich sind es halt auch alle. Das ist halt... Aber ohne Scheiß. Für mich ist der Sohn unschuldig. Mali hat aber Angst davor. Wir gucken noch mal, ob der Charles irgendwann über einen Fluch geredet hat. Ich renne hier halt gerade voll. Äh, möchten sie den Hauptbereich sehen? Ja, hier drüben steht eine Statue und singen. Und ja, zumindest ist es klar. Sie haben einen Zutritt. Sind sie bereit? Das war eine tolle Partie, Mr. Holmes. Die Pressverleihung für bla bla bla. Haben wir noch mal Club hier. Ähm, ist es nun um die Siege? Bla 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 bla. Ich rannte raus und fand den lieblichen Körper. Und bei meiner Ehre, ich sah die Statue von Teg und Oman wegrennen. Er hat sie wegrennen gesehen. Er hat gesagt, er hat sie wegrennen gesehen. Es ist zwar dunkel, sie rannte weg. Und er machte dabei schrecklich, ganz schrecklich metallische Geräusche. Und das Podest ist jetzt leer. Das ist so. Vorher haben sie eigentlich mal erst eine anonyme Spende. Was gelogen ist, weil sie den selber gefunden haben. Wer hielt ihn vor dem Turnier zusammen mit der schriftlichen Bitte? Das ist voll die Lüge. Oh, nicht wirklich. Er hat natürlich einen historischen Wert. Aber abgesehen davon ist er nicht viel wert, Mr. Holmes. Das dürfen nur Mitglieder. Gut, hier der Schlüssel. Aber ich protestiere. Genau, ich habe keine Ahnung. Was soll das bedeuten? Alle Stücke stammen von unseren Mitgliedern. Aber von den verstorbenen Mitgliedern auch von Mr. Ja, aber es ist eine Club-Vorschrift, das blablabla, 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 blablabla. Der hat über den Fluch nichts gewusst. Dann ist es der Sohn unschuldig. Falschaussage. Er hat gesagt, er sieht die Statue wegrennen. Definitiv. Das ist jetzt hier. Er hat mich verwirrt. Er möchte aber keine Rache. Für mich wiegt er nicht, als wäre er der Sohn, ist unschuldig. So. Charles weiß von dem Fluch. Er wusste aber nicht von dem Fluch. Und was passiert jetzt? Hier ist der Automat. Was ist jetzt hier falsch? Was habe ich jetzt hier? Sir Charles wusste, wollte, dass Greystock stirbt, um seine Sammlung verkaufen zu können. Könnte man ihn jetzt? Hätte jede andere Sammlung aus dem Club verkaufen können? Auch das ist korrekt. Albert lügt. Er muss die Pyramide während der Expedition nicht betreten haben. Und das Modell hätte er, er könnte seine Vorstellungskraft genutzt haben. Aber er hätte das Modell, der er zum Problem nur dann bauen können, wenn er sie während der Expedition nicht betreten hat. Hat er ja. Er will aber auch keine Rache. Ich komme hier nicht zu einem Ziel gerade. Aber das ist... Für mich ist Mali ehrlich schuldig. Also das ist am ehesten der Schuldige, oder? Na, ist denn schon wieder Gamescom nächste Woche? JNS Gaming. Und ich freue mich sehr darauf. Also weil, das Ding ist halt, Mali ist der Einzige, der, ähm... Aber welches Motiv hat er? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wir machen das jetzt einfach. Das ist für mich am ehesten. Das Ding ist halt, der hat den Automaten gebaut. Dadurch, dass er den Automaten gebaut hat, der das abfeuern konnte. Ne? So. Der Albert wirkt einfach nur so, als hätte der halt Pech. Ich... Bernhard Mali glaubt an den Fluch. Ich habe dieses Jahr keine Ausstellerkarte. Was, der Mali, der sich einfach... Ich habe das überhaupt nicht erkennen können in der Vision, wer das... Wer was war. Das Ding ist halt, dass er halt den Automaten gebaut hat. Aber jeder hätte den Automaten auch bedienen können. So ist es nicht, ne? Aber es ist definitiv ein Automat. Ach man, das ist so... Aber das ist richtig. Charles soll zur Teilzeit Bernhards Malis Automaten wegrennen. Das hat er auch gesagt. Mit dem Sohn, da ist halt nicht so viel, was darauf... Und ganz ehrlich, Albert wirkt nicht so. Und Greystoke ist tot. Ja, komm, wir machen jetzt Malis Schuld. Bernhard Mali glaubt an den Fluch und gestattet seinen Staat schon als tödliche Automaten. Was ja richtig ist. Damit hofft er, einer der Auserwählten zu werden. Das kann sein, wissen wir nicht. Keine Gnade für Mali. Bernhard Mali gehört hinter Gitter. Er ist seinem Aberglauben gefolgt und hat kaltblütig getötigt. Gnade für Mali. Bernhard Mali ist verrückt und braucht professionelle Hilfe in einem Sanatorium wäre besser aufgenommen als im Gefängnis. Da wir den jetzt in Gefängnis stecken oder nicht? Wie lange musst du denn bis zu Gamescom fahren? Ungefähr zwei Stunden. Also eine Stunde vom Hauptbahnhof des Köln-Messe-Deuils. Aber ich muss halt noch von zu Hause bis zum Hauptab mit dem Kopf. Also Gefängnis oder was? Sanatorium. Jetzt ist Gleichstand. Ich glaube, Sanatorium ist... Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Sanatorium. Okay, let's go for this. Ja. Voll Angst. Ich habe richtig Angst, was jetzt kommt. Ich habe richtig Angst, was jetzt kommt. Ich hoffe, aber das Spiel sagt dir auch Bescheid. Du hast das falsch gemacht. Das und das war der Mörder. Warnung! Was ist los? Ist noch jemand gestorben? War es wieder Tekun-Uman? Tekun-Uman wurde gerecht, Mr. Marley. Es ist vorbei. Haben Sie keine Angst. Folgen Sie uns einfach. Ihnen folgen? Warum? Keine Sorge. Es ist nicht Ihre Schuld. Ab jetzt werden sich Spezialisten um Sie kümmern und Ihnen helfen. Nein, ich bin nicht verrückt. Nein, Sie sind verrückt. Ähm. Bernhard Marley ist verrückt. Er... What the fuck ist das jetzt hier gerade im Hintergrund? Warum ist das so blutig? Achso, warte. Nein. Entschuldigung. Das ist dieser Fleck. Das war einfach nur super irritierend. Äh. Bernhard Marley ist verrückt. Er hat nicht die Fähigkeit zu begreifen, was für ein Verbrechen er begangen hat. Deswegen muss er entsprechend behandelt werden. In einem Sanatorium. Wir haben alle Hinweise gefunden. Gnade für Marley. Bestätigen. Achtung. Ja. Ist okay. Schein oder sein. Das ist das nächste Kapitel. Aber es wäre jetzt echt schön gewesen, wenn ich jetzt noch... Äh. Die... Das... Hä? Kriege ich jetzt überhaupt nicht ein Feedback vom Spiel, ob das jetzt richtig war oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Ist auch unrelevant anscheinend. Also, Austin Wilde ist hier. Ich werde bei Miss Alice übernachten. Was? Schon vergessen? Austin Wilde. Du weißt schon. Amerikanischer Theaterstar. Er ist zu besuchen. Bleib bei uns. Du hast es vergessen. Nein. Nicht das. Sondern, dass du bei Miss Alice übernachten willst. Ja, richtig. Sie hat es vorgeschlagen. Sie meinte, du würdest sicher nichts dagegen haben. Google das mal. Das... Hat dich zwar kackt oder nicht? Das wissen wir nicht. Gaming. Lalalalala. Hallöchen Pascal. Schön, dass du da bist. Mach das mal eben, bitte, Fremde. Das wäre super. Ablehnen mit einer Ausrede. Ablehnen mit einer Ausrede. Eingeschnappt reagieren. Andere Lösungen vorschlagen. Wieder will ich akzeptieren. Wenn du das unbedingt willst. Das ist die richtige Entscheidung, Mr. Holmes. Nicht wahr? Ist ja eh krass geschmückt. Mrs. Hudson, Mr. Walt ist hier, um den Charakter von Vater für sein nächstes Stück zu studieren. Und er wird nicht enttäuscht sein, oder? Vater ist so dickköpfig. Ich fasse es nicht. Der große Sherlock Holmes. Ich bin mir sicher, dass wir mit unseren beiden Gehirnen... Gehirnen? Sollte er sich jetzt als Sherlock Holmes verkleiden, oder was ist das für ein Aufzug hier? Ich bin verwirrt. Okay, fahre. Auflösung kommt am Ende des Spiels. Bitte nicht spoilern. Ah, okay, okay. Dann, äh... Fremde, kannst du das gerne googeln, aber noch nicht mitteilen, bitte. Äh, okay, fahre doch alleine rüber. Schwiegereltern kommen, ihn besuchen. Nächstes Mal kaufe ich alles im Februar. Ja, ich mach das immer so. Aber ich weiß ja auch, dass ich immer da hin möchte, also... Okay, hier scheint nichts Spannendes zu sein. Hier, ein Halstuch. Folgt den neuesten Modetrends. Amerikanischer Stolz will auffallen. Amerikanischer Stolz. Es ist immer der amerikanische Stolz. Raucht. Tabak and Holmes Lieblingssorte. Ah, dann wird er wirklich. Oh, mit Adler sogar. Was ist das? Taschenspiegel. Schauspielerwerkzeug. Und selbstverliebt. Haben wir alles? Ja. Bestimmt falsch gewesen. Ist mir auch egal. Mach ich dich. Yes! Ich bin gut da drin. Der noch nicht ganz 30 Jahre alte Orson Wilde, der sieht aus, als wäre der 40, ist einer Star der amerikanischen Theaterszene und ist nach London gekommen, um sich auf die Rolle des Sherlock Holmes vorzubereiten. Es ist möglich, dass er sein Studium bereits vorher begonnen hat. Er raucht dieselbe Tabak-Sorte wie Holmes. Er ist narzisstisch veranlagt und folgt den neuesten Modetrends. Was war nochmal Narzissmus? Er betrachtet sich gerne selbst im Spiegel. Die Anstecknadel an seinem Revers beweist seinen amerikanischen Stolz. Richtig kluschee. Mr. Wilde, ihr Zimmer. Reizend. Ha! So eine faszinierende Stadt. Wir müssen reden. Lieber nicht. Ah, selbstverlieblich. Dankeschön. Oh Gott. Okay. Unsere Mission ist jetzt mehr über Mr. Was? Ein amerikanischer Theaterstar. Wieso ist hier eine Bombe? Ist so besuchbar Sherlock Holmes, um sich auf seine neue Rolle vorzubereiten. Als ein nächtlicher Zwischenfall, das ungewöhnliche Paar in einem gefährlichen Fall katapultiert. Was werden sie herausfinden? Weiß ich nicht. Ich finde es nur gut. Der Hundi ist weg! Oh, Hundi ist hier. Ach, hör doch auf, Tobi. So schlimm war dein Schaumbad auch wieder nicht. Oha. Der ist aber dezent. Es wäre ratsam, Wilde Sachen zu untersuchen, bevor er zurückkommt. Oh, ah. Wir haben einen neuen Brief am Schrank. Brief von Dr. West. Ich weiß nicht, wer Dr. West ist. Ich weiß auch nicht. Fischer war der vom ersten Fall. Sehr geehrter Mr. Holmes. Ich schreibe Ihnen, um Sie darüber zu informieren, dass unser neuster Patient, Mr. Bernard Marley, nun bereit für die Behandlungsmethode B ist. Damit dürfen seine aktuellen Albträume und seine wilde Phase leiden vom Flucht und seine Angst vor dem Tod durch einen Sperr gelindert oder ganz unterdrückt werden. Mit unseren modernen Behandlungstechniken, vor allem, dass er denkt, dass er von einem Sperr getötet wird, weil er selber diese Automaten baut. Mit unseren modernen Behandlungstechniken können wir garantieren, dass er recht bald seinen Frieden finden wird. Unsere Erfolgsquote beträgt momentan 90 Prozent. Vielen Dank dafür, dass Sie sich für die Weltanstalten entschieden haben. Hochachtungsvoll, Dr. Herbert West. Meine Haare riechen so geil zurzeit. Ich bin ein bisschen selbstverliebt, weil es so geil riecht. Wild hat alles für eine perfekte Tarnung. Brauchen Schauspieler all das? Also schön Kreide auch. Wer hätte das gedacht? Das Püderchen? Ja. Gesichtspuder von exzellenter Qualität. Ich nutze die gleichen Make-up-Pinsel. Ja, da kommt es halt einfach mehr Make-up-Pinsel als bisschen krass. Hallo. Das Verhältnis zu der Tochter ist ganz, ganz eigenart. Nein, nicht, nicht anfassen! No, no! Was? Ah, Mrs. Hudson. Ich habe erst Arkham anstatt gelesen, das wäre auch geil. Bei Batman. Unbekannte Schritte. Absätze. Eine Eile. Unentschlossen. Nicht ganz. Wir bekommen Besuch von einer Dame, die recht ratlos zu sein scheint. Guten Tag, Gentleman. Mein Name ist Mary Sutherland. Ist Mary Sutherland nicht? Ich habe alles dafür gegeben, wo ich alles dafür geben wurde, zu erfahren, was aus Mr. House My Angel geworden ist. So ungeduldig, Miss Sutherland? Mr. House My Angel ist verschwunden. Und mein Vater, Mr. Windy Bank, unternimmt nichts. Das macht mich so wütend. Was ist denn so ein roten... Was ist das hier im Gesicht? Ist das eine Brille? Abdruck. Bringt auf eine Brille. Okay. Ist aber eine sehr ungemütliche Brille. Sie ist reich. Sie ist verlobt. Ich habe keine Ahnung, was typisch für eine Reste Hölle. Hat ihre unterschiedlichen Schuhe. Keine Ahnung. Entweder ist das richtig oder falsch. Ist anscheinend richtig. Mary Sutherland ist eine gutmütige junge Frau im Alter von 25 Jahren. Sie hat ziemlich schlechte Augen. Sie hat nicht bemerkt, dass sie zwei unterschiedliche Schuhe trägt. Mary ist eine wohlhabende junge Dame. Sie ist verlobt. Ach nein, verdammt. Entschuldigung. Mr. Windybank ist sicher ihr Stiefvater, da ihre Namen nicht gleich sind. Stimmt. Ich nenne ihn Vater, auch wenn er kaum älter ist als ich. Was? Ihre Mutter ist noch am Leben? Oh ja. Aber ich war nicht begeistert, als sie so schnell nach dem Tod von Vater wieder heiratete. Und dann noch einen so viel jüngeren Mann. Das klingt sehr eigenartig. Das kann mir keiner sagen, dass er das nicht geplant hat. Diese kleinen Explosionen, ich glaube auch nicht. Hallo, Dennis. Schön, dass du da bist. Was verbindet sie mit diesem Mr. Hosmer Angel? Ich lernte ihn auf einem Ball kennen. Mr. Windybank wollte nicht, dass Mutter und ich hingehen. Er möchte nie, dass wir ausgehen. Aber auf den Ball wollte ich unbedingt. Zum Glück musste er geschäftlich nach Frankreich reisen und konnte so nichts dagegen tun. Und da lernte ich Mr. Angel kennen. Danach trafen wir uns wieder und gingen öfters zusammen spazieren. Aha, sie hat quasi nach Werbe. Aber dann kam Vater zurück und wir hörten auf, uns zu sehen. Was hat das dagegen? Haben Sie ein eigenes Auskommen? Ja, ich habe geerbt. Von meinem verstorbenen Onkel Ned in Auckland. Dann haben Sie natürlich alles, was man sich wünschen kann. Nun, ich lebe bei meiner Familie und will ihr nicht zur Last fallen. Daher verfügt sie über das Geld. Hm. Warum möchte Ihr Stiefvater nicht, dass Sie ausgehen? Nun ja, er mag das nicht. Er ist der Meinung, dass eine Frau im Kreise ihrer Familie glücklich genug sein könne. Insel! Was? Ach, Daniel. Abkacker am Start. Wieso Abkacker am Start? Musst du kacken? Wollte Mr. Angel Sie danach nicht mehr wiedersehen? Nun, Vater wird in einer Woche wieder verreisen. Und Hosmer schrieb mir, dass es wohl besser wäre, wenn wir uns nicht sehen würden, solange Vater noch da ist. Danach hörte er auf zu schreiben. Wie ist Mr. Angels Adresse? Das weiß ich nicht wirklich. Seine Briefe habe ich alle in ein Postfach in der Leddenhall Street geschickt. Sie sind verlobt? Oh ja, gleich nach unserem ersten Spaziergang haben wir uns verlobt. Warte, ist sie jetzt mit Mr. Angel verlobt? Können Sie mir noch irgendetwas über Mr. Angel erzählen? Er ist sehr schüchtern. Er geht lieber abends mit mir spazieren, um Diskretion zu wahren. Ich habe eine Vermisstenanzeige in der Zeitung aufgegeben. Hier haben Sie eine Kopie und einen Brief von ihm. Ha, ein Liebesbrief. Hm, ja, verstehe. Wie ich vermutet habe, das bestätigt meine Schlussfolgerung. Er hat jetzt schon... Welche Vermutungen, Mr.... Mr. Wilde, Holmes, sagen Sie es ihr. Was soll ich hier denn sagen? Wir haben doch nichts klären können. Bist du behindert? Was? Darf ich den Brief mal selber lesen? Hallo? The Times, öffentliche Anzeige, vermisst ein Gentleman namens Who's My Angel, ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Mr. Angel ist ca. 5 Fuß 7 Zoll groß, wie so wie kräftig gebaut und hat eine blasse Haut. Seine Haarfarbe ist schwarz, er trägt einen buschigen Backenbart und einen Schnurrbart. Wie gewöhnlich trägt er eine getönte Brille. Das letzte Mal wurde Mr. Angel in einem schwarzen Seiden-Gehrock einer schwarzen Weste sowie einer grauen Harris-Tweet-Hose gesehen. Er arbeitet in einem Büro in der Leidenhall Street. Bitte melden Sie sich umgehend, sollten Sie Informationen zu seinem Verbleib haben. Hinweise, mit Hilfe derer dieser Gentleman gefunden wird, werden fürstlich belohnt werden. Fürstlich. Meine geliebte Mary, besorge dich bitte. Glaubst du etwa? Ich sage etwas zu deiner Familie, die nicht das Geringste von Liebe versteht. Wir hatten eine wundervolle Zeit zusammen, als sein Vater in Frankreich war. Oder nicht? Viel zu wenig Zeit, aber genug für mich zu wissen, dass du die Liebe meines Lebens bist. Von jetzt an möchte ich keine Sekunde ohne dich verbringen. Nichts wünsche ich mir sehnlicher. Ich liebe dich über alles und ich warte ungeduldig darauf, dass dein Stiefvater wieder verreist, damit wir uns endlich wiedersehen können. How's my angel? Ding ist, der Brief ist nicht handgeschrieben. Er ist mit einer Schreibmaschine. Das hätte jeder schreiben können. Nach dem ersten Spaziergang wirklich sehr früh. Für Sport braucht man nicht zwingend den Fuß. Ich bin gestern beim Tanzen auf der Kerbe hingefallen. Das wird schwierig mit Sport. Und habe jetzt einen Verband um den Fuß. Oh nein. Warst du denn beim Arzt oder das ist so ein Selfmade? Achso, was? Unseh. Das ist seltsam. Der Liebesbrief wurde getippt. Ach, ich bin wirklich ein Sherlock. Hopper in Sun London. Gute Papierqualität, recht glatt. Gewöhnliche Tinte, nichts Besonderes. Wir hatten eine wundervolle Zeit zusammen, als dein Vater in Frankreich war. Heißt doch, der wusste, ähm, der trifft sich mit Mary also nur, wenn der Vater nicht da ist. Also irgendwas scheint da im Argen zwischen diesen beiden Personen zu sein. Ich warte ungeduldig darauf, dass dein Stiefvater wieder verreist. Miss Sutherland traf Hosmer Angel nur dann, wenn ihr Stiefvater fort war. E-Sport, richtig. E-Sport. Hosmer Angel hat den Brief nicht unterschrieben. Ja, das meine ich ja. Sehen wir uns diesen Brief genauer an. Oh Gott, was sollen wir denn jetzt gucken? Was machst du hier, Sherlock? Sage dich bitte nicht. Äh, oh, ah. Einige Buchstaben weisen spezifische Druckfehler auf. Miss Sutherland, haben Sie noch weitere Briefe von Mr. Angel? Leider nein. Aber ich habe einen Brief von meinem Vater aus Paris dabei. Hier. Wisst ihr, was mein, ähm, was mein, was mein, äh, Conclusion gerade hier ist? Also. Ihr Stiefvater ist irgendwie fast in ihrem gleichen Alter, weil er die viel ältere Mutter geheiratet hat. Hosmer Angel trifft sich mit Mary, wenn der Stiefvater in Frankreich ist, nur. Ich gehe davon aus, dass Hosmer Angel und der Stiefvater ein und dieselbe Person sind gerade. Liebe Mary, ich habe die Angelegenheit gefunden, dir diesen kurzen Brief zu schreiben und hoffe, dass es dir und deiner Mutter gut geht. Frankreich ist reizend, aber hier ist es auch nicht anders als sonst wo. Überall Halunken, die ihren Frauen etwas vormachen und sich schlecht behandeln. Schön, dass er das auch hier so anspricht. Heitige Männer sind so ehrlos. Sie zögern nicht, jemandem das herzubrechen. Schön, dass er das anspricht. Ich hoffe, du bist eine volksame Tochter und kümmerst dich um deine Mutter und hörst auf mein Rat, zu Hause zu bleiben. Ich bin bald zurück. Und er ist ja so darauf aus, dass, ähm, sie zu Hause bleibt. Er hat zwar unterschrieben, aber Hosmer hat nicht unterschrieben. Ich bin bald zurück, dein Vater. Auch dieser Brief ist Maschinengeschrieben. Wieso denkt mir so gleich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist zumindest ein anderes Papier. Da passt der wenigstens auf. Die Tinte ist aber wieder gleich. Ähm, können wir hier noch was gucken? Dein Vater. Das ist die Unterschrift des Stiefvaters. Was mich mal interessieren würde, das F weist genau den gleichen Fehler auf. Einige Buchstaben weisen spezifische Druckfehler auf. Beide Briefe weisen Buchstabenfehler auf. Untersuchen wir sie genauer. Ja, wenn wir jetzt mal gucken. Wo war das hier mit dem F? Familie? Dieser hier ist fehlerhaft. Und der hier. Aha. In beiden Briefen weist derselbe Buchstabe denselben Fehler auf. Haben wir hier ein Ü? Guck mal. Noch ein fehlerhafter Buchstabe. Und auch hier gibt es eine Übereinstimmung. Gibt es noch einen Fehler? Ein Ö? Noch ein fehlerhafter Buchstabe. Und auch hier gibt es eine Übereinstimmung. Aus den Buchstabenfehlern kann man schließen, dass diese Briefe auf derselben Schreibmaschine entstanden sind. Wow. 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 Der Fall ist irgendwie seit 5 Minuten erst da und wir haben dann direkt so... So, die Briefe sind irgendwie die gleichen. Eine Schreibmaschine. Das ist eine. Die beiden Briefe wurden auf der gleichen Schreibmaschine geschrieben. Marys Vermögen. Verschiedene Schuhe. Ähm. Ne, ich möchte das hier. Mary Sutherland und House of May Angel haben sich nur dann getroffen, wenn der Vater auf Geschäftsreise war. Mary Sutherland. Ne. House of May Angel ist ein recht heimlich-tourischer Zeitgloss. Ich kann momentan nicht sprechen, was seine Person angeht. Mary Sutherland weiß nicht mehr dazu, er wohnt. Seltsames. Ich finde, also es hat nichts... Sie sagt zwar, er ist schüchtern, aber ganz ehrlich, das ist kein schüchternes Verhalten. Das ist einfach ein ganz komisches Verhalten. Wenn man jetzt auch bedenkt, dass es die gleiche Schreibmaschine wahrscheinlich ist. Aus irgendeinem Grund traf sich House of May Angel nur dann mit Mary, wenn ihr Stiefvater auf Geschäftsreise war. Seltsames Verhalten. Ähm. Auf beiden Seiten von Mary Sutherland's Nase sind Abdrücke einer Brille zu erkennen. Wahrscheinlich erkennt sie es halt auch einfach nicht, weil sie dann mit... Ähm. Ohne Brille unterwegs ist. Mary hat zwei verschiedene Schuhe an. Schlechte Augen. Das ist ein Fakt, dass sie es durch die Augen hat. Zuhause bleiben. Mary Sutherland's Stiefvater setzt alles daran, dass sie zu Hause bleibt. Das wird wahrscheinlich nicht zusammengehören. Mary Sutherland und House of May Angel haben sich nur dann getroffen, wenn ihr Stiefvater... Oh, das gehört doch noch zu Hause. Gelegenheit. Mary hatte die Gelegenheit, zu anderen Menschen Kontakt zu knüpfen, ohne dass ihr Stiefvater davon wusste. Also... Mary Stiefvater lügt, er ging nicht auf Geschäftsreise, als er herausfand, dass Mary ihm nicht gehorcht. Mary Stiefvater ging auf Geschäftsreise, was Mary... Die Gelegenheit bot sich heimlich mit House of May Angel. Eigentlich glaube ich ja, dass er halt lügt, ne? Aber... Dann haben wir nur... Das wird ja auch nicht... Oh, doch. Die Familie möchte, dass Mary bei ihr bleibt und nicht heiratet, weil sie sonst nicht mehr auf Marys Geld zurückgreifen könnte. Mary und ihr Stiefvater vertrauen einander. Er möchte, dass Mary zu Hause bleibt und nicht ausgeht, weil das seiner Meinung nach das Beste für sie ist. Ähm... Ich wüsste... Ich hab... Ich glaube nicht... Ehrlich gesagt glaube ich nicht das Geld. Also, wir gehen ja jetzt davon aus, dass... Dass der Stiefvater und der Angel eine und dieselbe Person ist. Das heißt, es ist ja nicht... Der Hintergrund ist ja nicht Geld, sondern eigentlich eher, dass der Stiefvater eigentlich mit der Tochter zusammen sein möchte. Wir machen erstmal so. Okay, dann machen wir das doch mit dem Geld. Sieht das dann besser aus? Ja. Das ist der Fall? Mary Stiefvater, Mr. Winnie Bank, nahm die... Ich glaube, das ist übrigens gerade nur ein Scherz von dem Spiel. Er nahm die Tane Identität von Mr. Horst My Angel an, damit seine Stieftochter samt ihrem Vermögen weiterhin in seinem Haus bleibt. Horst lebt. Weit verschwiegen. Verschweigen. Es würde Mary... sagen, wir sind in Scherz, komm, sie sind eh in Arsch, ja komm, wir sagen das einfach. Ja, stimmt, 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 hast du recht, Eko. Oh nein, habe ich das doch jetzt verschwiegen? Nein, ich kann ihn nicht vergessen. Oh nein, habe ich das falsch angedrückt? Ich werde Hosmer treu bleiben und auf ihn warten. Wiedersehen, Mr. Holmes. Holmes, das wäre auch diplomatischer gegangen. Das war jetzt ein komischer Fall, einfach. Kann ich das nochmal rückgängig machen? Shit. In der Nacht. Was ist ein Jammer? Hm, tragisch. Was ist nur los? In welchem Zimmer? Ach, wir sind in unserem Zimmer. Toby. Oh oh. Ich glaube, ich habe die falsche... Ich habe kurz nicht nachgedacht. Ganz kurz nicht nachgedacht darüber. Ich weiß nur nicht, wie ich das hier... Wie ich quasi Aktion... Ach so. Ich sehe Kabel. Sie könnten mit dem Deckel verbunden sein. Äh, vorsichtig. No pressure. Ein kleines Ticken des Geschenk von einem heimlichen Bewunderer. Mir bleiben noch zwei Minuten. An der Glocke und dem Schlägel sind Kabel befestigt. Wenn der Alarm losgeht, explodiert die Bombe. Aha. Das ist die Stromquelle für die Zündung. Das ist ja nicht quasi die Strom... Aha. Diese Spule sorgt dafür, dass sich die Bombe nicht so einfach entschärfen lässt. Aha. Wenn kein Strom mehr anliegt, schließt sie den Sekundärkreislauf und das lässt die Bombe explodieren. Aha. Das ist Sprengstoff. Kabel gehen rein und raus und es bringt nichts zu schätzen, wie sie im Inneren des Pakets genau verlaufen. So, und jetzt? Plüpp. Plüpp. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Plüpp. Plüpp. Äh. Geh jetzt einfach nach der typisch amerikanischen Hollywood-Versier raus. Schneide einfach die roten Kabel durch. Äh. Wir haben keine roten Kabel mehr. Fangen wir mit dem blauen an. Tü, tü, tü. Tü, tü. Tü. Hör mal. Irgendwann ist doch auch mir gut, oder? Hallo, ich hab nichts mehr zum Schnipp. Ach, hier. Das ist die Stromquelle für die Zündung. Also entweder macht es jetzt Bum. Oder es macht doch kein Bum. Was ist los? Eine kleine Bombe. Jemand wollte mich töten? Warum nur? Ich glaube nicht, dass sie das Ziel waren. Wer sonst? Mr. Holmes, geht es Ihnen gut? Ich hab den Kall gesehen, aber er ist mir leider entwischt. Kannst du ihn beschreiben? Dünn, etwa 5 Fuß, 5 Zoll groß. Schwarze Haare, Hasenscharte. Hasenscharte. Erzähle uns alles, was du gesehen hast. Der Kerl sah zu ihrer Wohnung hoch. Ich dachte erst, dass er ein Klient ist. Dann zog er aber etwas aus seiner Jackentasche und warf es durch ihr Fenster. Ich rief nach ihm, doch er rannte los. Ich griff nach seinem Ärmel, aber er wandte sich aus seiner Jacke und verschwand. Es tut mir leid, dass sie mir entwischt. Ah, er hat aber die Jacke. Gib mich die Jacke. Hören wir uns jetzt einmal die Jacke an. Hier ist sie. Sehr gut, wir gehen es. Hier ein Penny. Oh, danke, Mr. Holmes. Ich muss eben kurz meinem Freund verschreiben. Er hat mir ein Bild von Baby Chocobus geschickt. Geschickt. Okay. Gucken wir uns erst einmal die Jacke an. Ein Messer. Das sind Timberlake. Mit Hasenstab. Sehen wir uns das mal an. Da steht vielleicht eine geheime Botschaft. Geschrieben mit Zitronensaft. Nein, fassen Sie nichts an. Richtig. Dieses Blatt Papier ist voller Tintenflecke. Ich hätte den Text mit meinem Analyse-Tisch retten können, wenn Wilde ihn nicht zerstört hätte. Wer greift denn noch auf Zitronensaft zurück? Sammelt euch, Mohawks. Macht euch auf die Beine. Und zeigt King George, steuern kriegt er keine von uns für seinen ekligen Tee. Sein Drohnen ist vergebens wie auch zu denken, dass er unsere Frauen zwingen kann, zu trinken sein Gesöfft aus fremdem Klee. Was? Sammelt euch, Jungs, und eilt voran, um unseren Anführer zu treffen im Green Dragon. Und da haben sie sicher ihre Krüge gehoben, eine neue Nation gegründet und entschieden, wann sie ein paar Kisten englischen Tee in den Hafen dort schütten. Warum führte er wohl solch ein Lied mit sich? Vielleicht, weil es Amerikaner ist. Dank diesem Wilde wurde man Analyse-Tisch vollständig zerstört. Weil erst macht er den Tisch kaputt, jetzt macht er das kaputt und am Ende will mich Wilde ein gut töten. Sicherheit. So muss ich jetzt mit dem noch reden. Er wollte mich töten, Mr. Holmes. Verarschen, du willst mich töten. Ich weiß das genau. Untersuch ein Lied. Ach Gottchen. Wo gucken wir am besten dafür nach? Forschungsberichte. Ein historisches Lied. Historik. Als die Amerikaner gegen die britische Herrschaft aufbegehrten. Darin wird ein geheimer Treffpunkt erwähnt, das Green Dragon. Kunst und Architektur. Nicht das, was ich benötige. Ähm. Ja. War die Boston Tea Party. Oh, das könnte dann vielleicht erfüllen. Wann war die denn? Weiß das leider nicht. Ist das so um die 1800 oder war es schon eher? Jeder war Sherlock töten. Kann er den nicht einfach rauswerfen? Das wäre sehr schön. Kann man im Wild nicht einfach fesseln und nur Kniemonen in die Ecke hauen? Auch das wäre sehr schön. Muss 1775. Ja, okay. Dann können wir die Zeitung nicht helfen. Vielen Dank. Antanasius. 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 Schön, dass du da bist. 1770. Perfekt. Dann helfen mir auf jeden Fall die Zeitungsberichte nicht, weil die irgendwie ja erst 1800 irgendwas anfangen. So, ein historisches Lied. 75 war dann die unabhängige Eilkeits. Achso. Wie erlaufen die Ermittlung, Sherlock? Ich habe gerade einmal ganz kurz ein bisschen was verkackt, aber es war nicht so gravierend, weil das nur so ein Unterfall im Hauptfall war. Ich glaube, den ersten Fall haben wir eigentlich richtig gelöst. Bei dem zweiten bin ich echt überfragt und jetzt fängt erst der dritte an. Und ich glaube, der dritte ist auch der letzte, ne? Gibt es nur drei Fälle? Ich weiß gar nicht. Wie viele Fälle gibt es in den Spielen immer? Ich denke, irgendwie im Kopf die ganze Zeit drei. Wobei ich denke, auch bei Assassin's Creed, dass es fünf Kapitel pro DLC gibt und nicht drei. Aua. Die Schichte. Ach, guck mal. Guck mal. Green Dragon. Ein großer. Ein großer Kapitel oder was? Der Sender Union Street im Norden von Boston gelegenen Green Dragon war ein lokal und zugleich beliebter Treffpunkt politischer Aktivisten. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden in ganz Europa zahlreiche Kopien des Green Dragon eröffnet. Eine dieser nacharme Kneipen befindet sich in London, in der Nähe des Hafens im Bezirk Whitechapel. Da, gefunden. Whitechapel. Das wäre vorerst alles. Hauen wir uns für ein paar Stunden aufs Ohr. Wie können Sie schlafen, wenn man nach meinem Leben trachtet? Wie egoistisch. Wer sagt denn, dass dein Leben in Gefahr ist? Nee, im Tempel. Ich habe es geschafft, tatsächlich im Tempel rauszukommen. Danke, Icke. Dachte, der Unabhängigkeitskrieg hätte so um die fünf Jahre gedauert. Ihr wisst offensichtlich mehr mit diesen Jahreszahlen, als ich umzugehen. Also von daher. You're doing great, guys. You're doing great. Am nächsten Morgen! Ich ziehe mal Sherlock um. Glaube ich. Wobei, nein, eigentlich können wir... Eigentlich können wir... Wobei, doch, ich möchte irgendwie... Ich möchte mal wieder den Mantel anziehen. Das ist eigentlich ganz cool. Google regelt. Ich dachte, ihr wüsstet das aus dem Kopf. Das ist so witzig. Hat Tobi Geburtstag? Wie ich sehe, hast du dich bereits mit Kate angefreundet? Kommt wieder die komische Bühne. Sehr gut, sogar danke, Vater. Ist das wild? Was treibt er schon wieder? Na, er macht dich zu einer Legende. Ach, dem Kopf. Kate, was ist los? Nun, ich bin hier, um dir zu sagen, dass ich mit alles in den Zoo gehe. Danach essen wir etwas in der Stadt. In den Zoo? Warum denn das? Vielleicht, weil heute mein Geburtstag ist? Ups! Oh! Reingelegt. Natürlich erinnere ich mich. Hier hast du etwas Taschengeld. Geh und genieß deinen Geburtstag. Gut. Ich gehe dann mal... Kate. Du machst nie etwas richtig. Ach, Kate, schon gut. Komm her. Mir reicht es, dass ich dir einfach egal bin. Das stimmt nicht. Die Nacht war nur... turbulent. Ja, Alice hat mir davon erzählt. Aber du, du eben nicht. Kate, ich will dich doch nur beschützen. Du verstehst gar nichts. Ich wünschte, Alice würde mich adoptieren. Das ist lächerlich. Warum haben mich meine Eltern bloß dir anvertraut? Kannten sie dich überhaupt? Kate! Komm zurück! Ach, sie weiß, dass sie gar nicht die leibliche Tochter ist. Das ist ja sehr verwirrend. Verdammt, so ein Mist. Diese Alice. Ich weiß nicht so recht. Es kommt mir so vor, als ob sie mit Kates Gefühlen spielt. Sagt der Richtige. Da eins gerade mit Kate unterwegs ist, wäre es jetzt eine gute Gelegenheit, mich einmal in ihrer Wohnung umzusehen. Ja, dann. In die Kneipe sollte ich sowieso erst am Abend gehen. Ja, ja, dann. Der amerikanische Unabhängigkeitsquatch ist nicht mein Kerngebiet. Ich meine, ich habe Assassin's Creed 3 gespielt, aber das war der Teil, den ich auch von der Historik sehr, sehr anstrengend fand, weil es halt auch nicht so mein... Weil, weil es auch... Ich weiß nicht. Ich bin das nicht so spannend. Muss ich jetzt hier wieder aufbrechen? Mrs. Hudson ist nicht da. Ach, hier, und Mrs. Hudson. Ich habe noch nie davor eher dran geklappt. Der Wald ist keine Option. Ich muss einen anderen Weg in ihre Wohnung finden. Er hat immer Dietrich. Ein Hinterzimmer. Er hat immer... Er hat immer Dietrich dabei. Immer. Und jetzt heißt es auf einmal, ich muss einen anderen Weg finden. Ich gehe besser nicht raus, sonst sehen mich die Journalisten. Jetzt gehen wir auch noch nicht raus, oder was? Aber... Hä? Was? Was? Moment mal. Wie kann das denn sein, dass wir auf den Balkon gehen können? Was hat die Tante denn für eine krasse Wohnung, dass wir über den Balkon gehen können? Jetzt kommt bestimmt Dietrich. Wir können mehrere Dietriche gleichzeitig nutzen, um die Schlossschärme anzuheben und das Schloss zu knacken. Okay. Muss ich ja jetzt wohl anscheinend. Machen wir das mal. Okay. Ehrlich gesagt, habe ich bis heute nicht verstanden, wie das immer geht. Das ist ein Dreier und ein Vierer. Und dann noch ein Einser dazu. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Okay. Dann müsste ich wohl wieder ein paar Dietriche entfernen. Mal kann man mit denen, oder muss ich das quasi erst die drei ziehen, da müsste er ja eigentlich doch trotzdem die, äh... Komm mit der Steuerung dann nicht so... Also waren die einfach nur falsch... Angehört. Verwirrend! Aha. Alles scheint hier in diesem Stuhl zu schlafen. So unbequem er auch aussehen mag. So schlägt man denn in einem Stuhl? Wait, ist das nicht etwas, was ich hatte? Erstmal schön eine Pulle Gift trinken. Ah, schmeckt sehr bitter. Geruchlos, schmeckt bitter. Das ist ein Schlafmittel. Das ist ein Beruhigungsmittel. Anscheinend kann sie also nicht so gut schlafen. Ich schweige denn überhaupt schlafen. Happy Birthday, Kate. Sie hat sich an ihren Geburtstag erinnert. Frauen sind gut bei so etwas. Jaja, wir sind voll gut bei sowas. Voll. Erstmal was lesen hier. Sehr geehrte Dame, vielen Dank für Ihre letzte Hemdenlieferung für meine Cousine. Sie sind vorzüglich. Wie ich bereits erwähnt hatte, werde ich an diesem Samstag zum Hochzeitsfrühstück von sehr lieben Freunden gehen. Da muss ich umwerfend aussehen. Von daher müssen sie mein Kleid bitte bis spätestens Freitags fertigstellen. Es ist so lecker einfach. Ich werde es dann am Morgen abholen. Ich muss ja das Kleid auch schnell fertig kriegen. Oder die Beruhigungslaufmittel sind für Kate. Uh. Offenbar hat Alice seit Längerem nicht mehr hier geschlafen. Warte, ist Kate jetzt meine Tochter oder Alice? Frauen sind gut bei sowas. Wer war noch mal die Tochter? Das ist Alice. 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 Okay. Alice. Kate hat schon länger nicht hier geschlafen. Alice schläft irgendwie auf dem Stuhl. My dear mother. Sarah de Bouvier ist Alice's Mutter. Das ist nicht eine maximal pigmentierte und die andere. Weil ich glaube, die soll auch ein bisschen dunkler wirken. Dass jemand dezent verwirrt. Ich kann mir diese ganzen Menschen nicht merken im Spiel. Liebe Miss de Bouvier. Ich werde Sie informieren, dass ich Ihren Mietvertrag vorbereitet habe. Sie können ihn abholen, wann Sie möchten. Mir ist jeder Abend, der unter der Woche recht. Der Spiritualism. Ein seltsamer Buchgeschmack. Wie Sie Ihre Mutter darauf beschwören? Alice. Was? Sie heißt gar nicht Alice de Bouvier. Sie heißt Alice Fluella Hamilton. Ihr vollständiger Name lautet Alice Fluella Hamilton. Sie hat den Nachnamen ihrer Mutter benutzt, um diese Wohnung zu mieten. Wer ist Hamilton? Kate schläft vermutlich hier. Wahrscheinlich lässt Kate in das Schlafzimmer gar nicht rein. Alter, wie groß ist denn diese Wohnung, bitte? Vor allem ist es schön, auch noch so Hörner da. Ein bisschen was von Satan. Hm, schön. Zumindest in dieser Epauche und in dieser Zeit mit diesem einen Buch, was da in der Ecke liegt. Schön. Wenn man ein bisschen runtergekommen, sieht die Wohnung ja schon aus, ne? Warum ist das umgeschmissen? Dieses Schloss ist recht neu. Wenn ich es knacke, merkt es Alice. Wenn ich es knacke, merkt es Alice. Waren es. Das will er mir damit sagen. Wir brauchen den Schlüssel. Ich möchte aber noch nicht raus. Wenn er den Schlüssel irgendwo versteckt hat. Vor allem die Musik, die hier zu spielt, ist überhaupt nicht beunruhigend, ne? Also so gar nicht, gar nicht. Gibt es hier eigentlich... Ach, wir hätten auch noch Tee für mich. Habe ich ganz vergessen. Meine Witcher-Sense ist... Aber eigentlich zeigt das Spiel auch das meistens an, wenn man... Wahrscheinlich geht er auch nicht durch die Haustür, gleich. Geht die noch was? Warte mal, hier. Oh, nicht. Okay. Ich komme jetzt einmal noch mal ein bisschen sorgsamer um. Dann vielleicht Alice, die The Devil's Daughter ist und dann vielleicht nicht... Oh, stimmt. Wahrscheinlich, ne? Also ich weise gerade alles dezent darauf hin. Fest verschlossen. Huch. Ich habe gerade irgendwie auszusehen mit First Person Sherlock wieder angemacht. Hübsch. Ich weiß sogar nicht, dass das geht. Aber eigentlich finde ich das, glaube ich, so angenehm. Dann gehen wir mal wieder rüber. Ein bisschen Sport tut dem Sherlock ja auch nicht schlecht, ne? Hm. Haben wir jetzt nur die Möglichkeit, noch in die Kneipe zu gehen? Wobei wir können es vielleicht auch hinzu... Nein, wir gehen nicht in die Kneipe. Okay, durchsuchen sie die Wohnung von Alice. Wir haben irgendwas noch nicht fertig gemacht. Verdammt! Oder das Spiel möchte, dass Alice das ist, um mir jetzt von Kate abzulenken. Entschuldigung. Es ist halt sowas schwierig tatsächlich, weil Alice ist halt... Bei beide... Ja, es ist super schwer. Definitiv. Ah, hier. Ein Wachszylinder. Ich stehe jetzt eingepackt. Ein Wachszylinder für eine Phonographen aus Alice Wohnen. Ich weiß nicht, was ein Phonographen ist. Ein Telefon? Gesundheit, danke. Ich muss mir eben kurz die Nase putzen. Einen Augenblick, bitte. Einen Augenblick, bitte. Das wird ja noch schön, wenn ich jetzt noch erkältet werde vor der Gamescom. Egal. In London gibt es unweit des Hafens im Whitechapel-Bezirke eine Kneipe namens Green Dragon. Ein historisches Lied über den Moment, als die Amerikaner gegen die britische Herrschaft aufbegehrten. Daran wird ein geheimer Treffpunkt erwähnt, das Green Dragon. Das Taschenmesser mit den Initialen JT steckte in der Jackentasche des Bombenwerfers. Ein nicht besonders kräftig gebauter Mann, ungefähr fünf Fuß, fünf Zoll groß, schwarzes Haar. Er hatte eine Hasenscheibe. Oh, drehen sie die Scheiben so, dass eine durchgehende Verbindung zwischen dem linken und dem rechten Ende des Schlosslauens steht. Den Kasten zu öffnen. Oh, das ist cool. Also entweder gehen wir hier so... Okay. Erstmal überhaupt generell eins finden, womit man hier durchkommt. Ach, warte mal. Das geht schon so, oder was? Das wäre eigentlich okay. Das bleibt stecken. Mal, dann ist das auch in Ordnung. Easy. Meine liebste Alice, wenn du diesen Brief liest, bedeutet es, dass meine Krankheit gewonnen hat und ich nicht mehr unter den Lebenden weile. Sei bitte nicht traurig, Liebes, denn ich habe ein gutes und erfülltes Leben gehabt. Einzig der Umstand gräbt mich, dass du jetzt ganz alleine bist und mit Gott weißt, wem wir es leben müssen. Bei einer unbekannten Familie. Ich habe kein Vertrauen mehr in staatliche Institutionen, nicht nachdem, wie sie auf schändliche Art mit deinem Vater umgesprungen sind. Doch sei tapfer, mein lieber Engel. Du kennst das Geheimnis, das dich mit den Seelen der Toten sprechen lässt. Deswegen werden wir vielleicht schon bald wieder miteinander reden. Übrigens, danke fürs Gesundheit wünschen. Alice verbrachte ihre Kindheit bei ihrer Tante, bis diese verstarb. Wahrscheinlich ist das auch die Tante, die auf dem Bild ist. Wobei, ich glaube, da stand irgendwas mit der Mutter. Liebe Alice, ich musste gerade an dich denken. Das hat mich an die Vergangenheit erinnert. Wie du ja weißt, mache ich mir so viele Sorgen. Jedes Mal, wenn du zu einer neuen Pflegefamilie geschickt wurdest, hatte ich gehofft, dass du glücklich würdest. Aber Menschen können grausam sein, nicht wahr? Es macht mich richtig wütend, wenn ich an dein dameliges Leben denke. So unglücklich in jeder neuen Familie, wie man dich kaum als Familienmitglied behandelt hat, sondern vielmehr als an die Dienerin. Du musstest so viel Leid ertragen. Doch jetzt will ich dir mit der allergrößten Freude zum 21. Geburtstag gratulieren. Damit hast du es überstanden, dir der ganze Schreck mit geht hinter dir. Du bist eine erwachsene, unabhängige und wunderhübsche junge Frau. Ich wünsche dir ab sofort das Leben, das du schon immer verdient hast, mit all dem Glück, das nur irgendwie möglich ist. Deine Freundin Anna. Alice war bei keiner ihrer Adoptivfamilien glücklich. Oh, der Schlüssel. Er steht früh auf, obwohl das Licht in seinem Zimmer für gewöhnlich bis in die Morgenstunden an ist. Er hat immer wieder Arbeit für ein Straßenkind. Ich glaube, der Junge heißt übrigens. Sein Freund Dr. Watson ist immer in der Nähe und sie scheinen sehr eng befreundet zu sein. Auch wenn er niemals mit der Polizei zusammenarbeitet, genießt er den Respekt von Inspektor Lestrade. Kate ist so reizend, so ehrlich und so naiv. Aber Holmes verbringt keine Zeit mehr. Ich glaube aber, ich glaube in der Tat, dass es mehr Alice ist als Kate, The Devil's Daughter. Man dachte ja irgendwie am Anfang, dass Kate das halt ist, weil sie ja von irgendeiner anderen Familie kommt und quasi Sherlock anvertraut worden ist. Am Ende ist es Mrs. Hudson. Es ist eindeutig Alice. Diese Wohnung, was ist denn? Vor allen Dingen, man kann hier einfach voll reingucken. Oh Gott, wie unheimlich. Ich finde auch schön, da kam gerade ein Speicherpunkt. Der habe ich hier gleich. Diese Musik macht mich gerade wahnsinnig. Es war gerade ein Speicherpunkt. Warum? Also Spiritismus klingt gar nicht so schlimm wie Satanismus, aber es geht eher nach Satanismus. Also warum muss man das denn alles so schädig machen? Amerika. Amerika. Hier hat auf jeden Fall ganz schön viele Tote. Leute hier, glaube ich. William Hamilton, der Vater. Hamilton. Ich kenne ihn. Das war ein Bandit, den ich vor 20 Jahren überführte. Und Alice heißt der Hamilton mit Nachnamen. Ich glaube, da ist jemand angepisst. Warte, vor 20 Jahren. Und sie ist jetzt 21. Das heißt, wahrscheinlich wurde sie wegen mir zur Adoption nicht ständig freigegeben und in die Pflegefamilien reingekommen und war dann super pisst und will jetzt Rache. Und bestimmt will sie keine Rache. Nein! Okay, sie versucht quasi mit einem... Lugumatisch, vielen Dank für deinen Resub. Dankeschön für die Unterstützung. Schön, dass du da bist. Die gibt's dir. Ich habe versagt. Lugumatisch, wie geht's dir? Alles gut? Nicht was Kopfschmerzen und eine gute Besserung. Alles spricht mit ihrem Vater, William Hamilton. Sind wir jetzt gespoilert quasi, dass ich den Fall falsch aufgelöst habe? Das ist überhaupt nicht gruselig, Fremde. Stell ich nicht so an. Das ist überhaupt nicht spooky mit dem Rauschen und allem. Ich bin immer noch nicht fertig mit der Durchsuchung in der Wohnung. Das macht mir Angst. Sie will sowas von Rache. Wieso kann ich mit diesem Satansbuch nicht umgehen? Oh, was ist das denn? Warum kann ich damit nicht? Mano! Ich habe hier immer noch etwas... Achso, hier ist noch eine Schublade. Hier ist noch eine Schublade. Aha! 27 Tote nach Massenselbstmord in Ketau, Spanien. Ich hoffe, heißt das Ketau? Keuter? Ach, was ist das? Im spanischen Keuter wurden die Leichen von 24, 27 Personen entdeckt. Darunter auch vier Kinder. Aber daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Hast du so oft Kopfschmerzen? Das ist aber nicht gut, oder? Gruselig, nicht nur ein wenig creepy. Ja, es ist creepy, auf jeden Fall. Ich finde es schon ein bisschen gruselig. Ich bin aber auch ein Weichei. Viele der Toten, die Mitglieder des Kultes Verehrung der Toten waren, hatten offensichtlich ein Getränk zu sich genommen, das mit einer tödlichen Mischung aus Piancali und Berührungsmittel durchsetzt war. Also, Beruhigungsmittel hat sie da. Ich weiß nicht mehr, was das andere daneben war. War das Cyan... Das war aber nicht Cyan... Also, er hat nicht gesagt, dass das Cyancali war, oder? Schmeckt Cyancali bitter, aber Cyancali ist doch reines Gift, oder nicht? Die Polizei konnte nur eine junge Frau namens Alice Fluella Hamilton retten. Sie blieb zwar unverletzt, aber steht noch unter schwerem Schock, weswegen sie nicht in der Lage ist, Licht in diese dunkle Geschichte zu bringen. Okay, eigentlich sollte Alice tot sein? War nicht regelmäßig, aber immer wieder. Vielleicht sollte man das auch mal untersuchen lassen, aber wenn es sich nicht stört... Ich möchte da ja niemanden reinsprechen. Jeder muss das ja selbst für sich. Verkleiden Sie sich als Bandit und versuchen Sie in Green Dragon Informationen über den Bombenwerfer zu halten. Ich möchte unbedingt den Schlüssel finden, ne? Jetzt, äh... Ähm, ja, weiß ich nicht. Wir haben auch nicht abgeschlossen. Oh Gott, müssen wir nochmal abschließen? Einen Augenblick. Wenn du nicht wieder abschließt, führst du das auch auf. Okay, jetzt ist die Tür auch noch auf. Jetzt zieh sie wieder zu. Aber wir haben das Schloss nicht dran gemacht. Aber das Spiel gibt mir nicht die Möglichkeit, das Schloss wieder dran zu machen. Mann, Alice hat nicht mal es geschafft, sich selbst umzubringen. Wow, nichts kriegt sie hin. Weil Sherlock ist doch nicht so schlau. Nein, überhaupt nicht. So, es ist wieder Verkleidungszeit. Wir haben ja irgendwo so einen Banditenseelsorger. Frag mich, wann der Seelsorger kommt. Wir gehen nochmal zum Schminktisch. Wir brauchen definitiv schwach getarnt. Wann gibt es das denn? Hier. Ich hab... Was ist denn hier? Das ist... Das könnte... Es ist halt so geil. Hey, ich setze eine Brille auf. Ich bin getarnt. Okay. Brille und Hut mal gerne nicht mehr. Die Brille macht es eindeutig. Das war jetzt ein bisschen so... Okay. Sehr, sehr glaubwürdig. Sehr glaubwürdig. Brille auf und niemand erkennt dich. Das ist halt... Aber das ist ja auch genauso wie mit... Den ganzen Superhelden. Diese eine Maske hier oben drauf. Fertig. Man erkennt nicht mehr wieder. Ich mein, bei Superman funktioniert das doch auch. Ja. Dogmatisch. Richtig. Wer sind sie? Mich erkennt auch keiner ohne Brille. Aber das ist, glaubwürdig, was komplett anderes, wenn man Leute immer nur mit Brille gesehen hat und dann plötzlich die Brille weg ist. Das sieht immer anders aus. Gut, dass Vorsicht mein zweiter Spitzname ist. Bei mir ist das andersrum. Ich erkenne niemanden ohne Brille. Hm. Das ist auch doof, Eke. Das ist irgendwie eine coole Location. Also es wäre heutzutage eine sehr coole Location. Also ich selbst erkenne keinen ohne Brille. Geil. Ich brauche zum Glück noch keine Brille. Wobei manchmal denke ich schon, dass ich vielleicht für manche Sachen eine Brille gebrauchte. Damit ich wählen kann, was die Leute so sagen. Da sitzen wir uns. Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Oh, sorry. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich hab grad... ...meinen Kopf. Oh, oh. Ah. Hab ich das jetzt auch so hin geskippt? Das ist ja dumm. Ich hab vergessen, dass da so ein Minispiel mit bei ist. Rotes Bier. Starr. Hm. Ich sollte es mal trinken. Bierchen gefällig? Ja. Bierchen gefällig? Hm. Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Voll unauffällig, übrigens. Hier kann ich nichts hören. Ich sag ja, total unauffällig. Ey, was ist mein Tuch? Ich kling. Der hab ich doch schon belauscht. Hier kann ich nichts hören. Ich kann mich auch direkt neben sie setzen. Ich kann mich auch direkt neben sie setzen. Mist. Der Einschlag auf uns ging schiefen. Ha. Es war gar nicht der Schauspieler. Ha. Wusste ich's doch. Es wird sich, wenn ich ohne Brille rumlaufe, da kann ich an Leuten, die ich kenne, vorbeilaufen. Da kenne ich ihn nicht. Boah. Das ist aber schon krass. Eine Einschränkung ohne Brille. Wie. Hier bin ich schlecht. Wie. Wie. Wo kriegen wir jetzt eine Papierkarte? Ach. Entschuldigung. Ich hab heute morgen schon wieder gesportelt, deswegen mich ein bisschen müht. jetzt habe ich mich hier hinsetzen jetzt gibt es das zu belauschen die maus gerade nicht rein weißt du eine hohe maus denn es hat sich null rührt jetzt habe ich schon wieder nicht dass die ganze weg das habe ich immer gehasst mit dem maustastatur gleichzeitig ist es auch mit dem maus einfach gerade anstrengend teilweise ich finde es eigentlich ein witziges mini spiel aber das gerade war anstrengend ein mann mit hasen schadet das könnte der bautenwerfer sein jetzt sind wir es wieder ganz leicht Mach mir einen doppelten. Ich gehe kurz rauchen. Der ist doch nicht Stämmel. Also der ist doch nicht... Er hat eine Passierkarte. Ich könnte sie stehlen. Was wäre die Alternative? Ich habe bestimmt so ein kleines Minispiel wieder. Oh Gott! Hallo? Was soll ich noch hier alles drüben? Also alles über 5 Meter macht Gesichter für mich zu brei. Aber immerhin hast du 5 Meter Radius. Das ist doch schon mal... Immerhin etwas. Los! Feiern wir! Schreib mal eben was. Aber man kommt mal zurück. Sekunde. Ja, ja, immerhin, ja. Geile Würstchen. Los, feiern wir! Du kannst durch. Gut, dass ich das gerade nicht probiert habe. Das lustige ist, ich trage meine Brille nie außer in der Schule. Weil du keine Lust dazu hast, oder warum? Hasenscharten, boy! Kann ich den Boss sehen? Jawohl, er wartet auf dich. Ja, okay, das passt schon eher zur Hasenscharte. Der Mann mit der Hasenscharte. Ich muss ihm irgendwie folgen. Hallo? Die Tür zum Spielzimmer ist dort drüben. Okay. Und hier? Und hier? Das ist nicht das Spielzimmer, also verschwinde! Und hier? Ach, wir gehen aber kurz mal ins Spielzimmer. Was ist ich? Das sieht kacke aus. Und was mit Kontaktlinsen? Also ich hätte Schiss, Kontaktlinsen mir in die Augen zu tun, weil ich das unheimlich finde. Hätte ich gesagt. Was ist hier? Ich muss auf die andere Seite. Von dort kann ich vielleicht in den bewachten Bereich gelangen. Ich muss für eine Ablenkung sorgen, damit die Wache von der Tür rücken. Heute ist mein Glückstag. Wurrun, vielen Dank für den Follow. Willkommen zurück in Birdies. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Fakt sagt, ja, einen Kontakt mit Nissen. Bin super, da hat jemand. Ich finde einfach das unheimlich. Also ich finde das praktisch, dass es die gibt. Bei mir ist das nur, ich finde das einfach nur unheimlich, die quasi so ins Auge zu stecken und dann irgendwie wieder rausholen zu müssen. Das finde ich einfach, ich finde es einfach unheimlich. Ich habe es halt auch noch nie gemacht. So, ne? Ich glaube, es kostet einfach Überwindung. Erstmal Geld verzocken gehen. Ja. Ah, hier kann ich noch was zeigen. Ach, da gewöhnt es sich ganz schnell dran. Ja, ich sage ja, dass es wahrscheinlich Gewöhnung ist. Ich kann hier gucken. Da steckt der Knopf. Extra-Karten. Was ist hier? Spiegel oder was? Ich finde, ich glaube, es ist die Abjekte. Das ist ein Werkzeug für versteckte Karten. Das Kabel führt von einem Arm zum anderen. Wenn ich das Kabel durchtrenne, kommen die Karten zum Vorschein und sein Betrug fliegt auf. Ähm. Das muss ich zur Ablenkung machen. Dann kann ich mir draußen gehen. Der Spiegel fällt nicht auf? Ich muss das Kabel finden oder was? Wer ist er denn? Wieso kann ich ihn denn einfach nur angucken? Setze alles. Ich werde heute reich. Was guckst du denn so? Erhöhe um den Schilling. Nicht ein Rennen. Ich glaube, das bringt... Ich gewinne. Kommen wir mal. Nein, so eine Ablenkung. Erhöhe um den Schilling. Setze alles. Dann. Heute ist mein Glückstag. Und wenn du ein Glückstück kommst, dann müssen wir das Kabel durchschneiden. Eine Glückssträhne. Ach, ich vergesse das jedes Mal mit dem Visualisierungsding. Nein, so eine Ablenkung. Ach, ich vergesse das doch immer alles, wie das funktioniert. Warte, wache. Ach so, wir müssen das hier... Boah, ich raff hier gar nichts. Heute ist mein Glückstag. Und wenn du ein Glückstück kommst, dann müssen wir das Kabel durchschneiden. Also warte, wir müssen ihn erst mal vom Messer ablenken. Eine Glückssträhne. So, dann können wir nämlich um ihn rumgehen, können das Messer annehmen. Dann können wir den Kabel durchschneiden. Dann beginnt Streit und dann geht Wache vor den Tür weg. Richtig? Jetzt muss ich nur nicht nochmal reagieren. Und der Wache fällt es natürlich nicht auf, dass Sherlock vorbei gelaufen ist. Erst mal Geld verzocken. Ja, ich irgendwie auch. Okay, dann, also, ich kann das nachvollziehen. Aber Kontaktlinien sind echt eine gute, also eine schöne Alternative, weil ich hab halt auch keine Lust, eine Brille zu tragen. Hätte ich, möchte ich auch nicht. Gab schon, dass mir eine Brille stehen würde, die eine oder andere. Aber dieses Permanente, irgendwas im Gesicht. Nein. Dann haben wir sie schon so geil. Ich hab zu trockene Augen für Kontaktlinien. Ach so, ach so, auf sowas kommst du dann auch noch an? Wie doof. Also jetzt, gerade hab ich eine Brille an, sonst könnte ich den Chat nicht lesen. Oh nein! Ja, solange ich noch was lesen kann und wirklich damit so klarkommen, dann, ähm, heim. So. Ich weiß nicht genau, wo wir sie sind. Laufen jetzt hier einfach nicht lang. Das müssen die Fenster der bewachten Räume sein. Jetzt. Ich fange ja auch eine Brille, um den Chat zu lesen. Ich will ja auch jetzt eben keine, also sollte jetzt auch gar nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie Brillenträger irgendwie diskriminieren wollte. Ich finde, das ist einfach nicht immer. Blöd. Ich würde sie einfach persönlich für mich nerven. Das ist super praktisch. Ich meine, Chris trägt auch ne Brille. Der finde ich auch nicht. Ich möchte einfach selber keine Brille haben. Und bei welchen Leuten steht das halt auch richtig, richtig gut. So, jetzt kommt ein bisschen Tomb Raider Action wieder. Oh Gott. Oh, da hinten blitzt es. Wer hat das gerade gesagt? Oh, ich hab verkackt. Ich hab mich jetzt auf die Tower Bridge im Hintergrund konzentriert, witzigerweise. Lasern. Ja, mich nervt das auch, aber was zu machen. Natürlich. Natürlich. Lasern. Dafür fehlt mir das Geld. Wie teuer ist Lasern? Also ohne den Dreh. Sehr unauffällig übrigens. Ach, wir gehen hier eh rein. Na dann. Vorsicht ist ja immer noch mein zweiter Vorname in dem Spiel. Hä? Der Mann im Zockerraum hat das gleiche Werkzeug zum Betrügen benutzt. Jetzt. Sie waren vor kurzem noch hier. eine kluge vorrichtung um glücksspiel utensilien bei einer razzia zu verstecken das ist ja wirklich cool hey der hammer hier ist die buchhaltung für oktober ein kartenstapel 75 x 1s dass sie das schilling ein schilling 3 und 15 chilling verloren poka 140 und gewonnen poka 1200 und verloren dumme 63 und gewonnen dominio 108 und gesamt sie machen auf jeden tag plus die buchhaltung läuft gut ich erinnere mich an den einsatz vor drei jahren der romantik holz immer mehr ist bekannt vor er sieht nicht wie ein gewöhnlicher schlüssel das ist einfach mal mitnehmen fällt bestimmt nicht auf dass dieser schlüssel weg ist alice fluella hamilton eine junge frau mit einem ungewöhnlichen hobby offensichtlich glaubt sie daran dass sie mit den toten kommunizieren kann sie verdient sich ihren lebensunterhalt als schneiderin offenbar schläft sie nicht gut sie nimmt beruhigungs und schlafmittel sie ist heimlich trügerisch er hat ihre wohnung in der baker street unter falschen namen gemietet und verheimlichte auch dass ihr vater von ihnen verhaftet worden war als sie noch ein kleines mädchen war der mann mit der hasen schatte ist in greenstrang gekommen um mit seinem boss jack cole zu reden das sind auch so unheimlich aus das bild mehr das ist richtig william hamilton war alles vater er wurde mit ihrer unterstützung verhaftet und starb einige jahre zeit später im jahr 1880 der polizeieinsatz 1892 hatte mit jack der hammer cole tun jack der hammer ein ungewöhnlicher schüssel kommt immer darauf an je nach situation zeit dass auch die krankenkasse spielt keine rolle ich bin noch eine lehrerin kriegst du nicht so viel aber wenn du das privat machst bist du so krankenkasse ist wenn du nicht komplett blind bist ist wahrscheinlich egal würde ich jetzt schätzen ein regal das ist aber kaputt das ist ein spalt ein spalt vielleicht verbirgt sich etwas hinter dem regal da kommt dieser ungewöhnliche also rein allah er will ich jetzt hier runter schon will ich erstmal gucken was da ist und dann gehen wir hier einmal runter ist zu spät niemand mehr hier es ist offenkundig dass all das von jack holes bande gestohlen wurde das ist der koffer von dem kerl mit der hasen scharte das fisch das ist ohne zweifel diebesgut der mann mit der hasen scharte hat der co ein koffer mit wertvoller beute gebracht der koffer befindet sich in seinem geheimraum das ist noch nicht grün das ist ohne zweifel diebesgut das grün nach dem was hier wenn man mit der hasen scharte offenbar mit seiner familie warum sollte man das in diesem koffer mit sich führen jetzt nicht sehr klug ach so auf der moving internet umzug in unser neues heim hätte bei clock book deck es acht schilling irgendwer hat dann wahrscheinlich auch ausgestellt hey bringt mal scherlock holmes um das ist immer noch was bringt mal scherlock holmes um dann seid ihr guter dinge wieso nehme ich das nicht mit jetzt sind wir mit dem koffer fertig eine fotografie des mannes mit der hasen scharte zusammen mit seiner familie sie stehen vor ihrem haus und ich warte bevor ich da jetzt durchgucke ist hier noch irgendwas relevantes anscheinend nicht dabei eine sekunde geguckt auch kollege die wache ist gar nicht da das ist schon mal beruhigend messer stecherei dann nehmen die flasche das ist auch nicht richtig was muss ich ja machen was weiß ich auch zu spaß hatte er was er immer stand kurz oben rechts das wird ich zwar wohl nix ich glaube sie ist das jetzt öfters abend ich habe das ist ja mal schmerz ach warte ich habe ich habe es gleich gibt mir noch zwei sekunden ich habe es gleich ich bin ja auch direkt tief und nicht prügel knabe wobei wenn man sich die filme in erinnerung ruft da hat er ja auch sich glücklich geprügelt also von daher nein ich nehme wieso sind immer aufnehmen umstoßen dieser umstoßen und dann stolpert der kleine buch nämlich dann nehme die flasche jetzt und jetzt seite schieben dann sollte ich den hut nehmen dann hat das jetzt nicht funktioniert umstoßen ach weil das ab und zu zwischenzeitlich woanders steht ah ok jetzt verstehe ich ah ok ok gut zur seite schieben so was muss jetzt bei dem typen machen ich habe das genommen aber dann sterbe ich aber war da irgendwas anderes der schummelt der schummelt ach so dem bisschen wieder von 2 grader 3 dass so ein silbertablett gegen schüsse jeglicher art schützen umstoßen flasche zur seite schieben ok wir haben jetzt hier noch ein bisschen zeit was kann ich hier machen ich kann hier nichts anderes machen als das hä aber was soll ich denn machen außer das tablett zu nehmen und dann sterbe ich aber trotzdem und bei dem tablett ist halt auch keine möglichkeit irgendwas hä ich weiß gerade nicht übersehe ich da gerade was was soll ich denn machen spiel bitte chat ihr dürft spoilern was muss ich da machen das ist vielen dank für den resub denn dass du da bist guten morgen guten middag er sagt aber was soll ich hier machen mal ganz ehrlich ich rach das gerade nicht nimm mal den hut ah das könnte sein erst mal den hut nehmen jetzt hätte ich den zur seite das ist spiel warte mal wir machen das noch mal mit dem hut töten mich ja auch nicht sofort vielleicht lenke ich mit dem hut ja den dude ab darauf wäre ich jetzt nicht gekommen guter einfall ich rede mich jetzt auch kurz langsam in rage weil mich das gerade nervt die seite schieben vielen dank logomatisch vielen dank waren doch nur 13 stunden schlaf voli braucht seinen tön als schlaf wie er einfach den hut wieder an hatte oh ey es ist mir gar nicht aufgefallen ich dachte der hatte den hut nicht an das war doch der daneben 200 iq ich bin der bessere detektiv war einfach nur weil ich schon gefrustriert war das war eindeutig sie sind alles ja hören sie holmes hat ein verdacht von was reden sie denn da sie müssen diskreter sein bei ihrem spielchen mit seiner tochter nein 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 zu schwach holmes aber sie sind mr holmes was zum teufel sehen sie sie hat sie erkannt ich wusste es sie müssen den charakter wirklich leben gehen sie jetzt nach oben oder ich zerre sie zurück in die kneipe verstanden sehen sie sie können es ich gut aber im ernst sie sollten schauspielunterricht nehmen sie sind hier um ihren vater zu rächen ich weiß es sie sind hergezogen haben mich ausspioniert und wollen jetzt rache an mir nehmen durch meine tochter so ein unsinn ich liebe ihre tochter sie sehen doch überall nur verschwörungen mit gutem gott vergessen sie nicht welchen beruf ich ausübe sie armer sie verwechseln aufrichtigkeit mit unehrlichkeit wollen sie etwa sagen dass sie ganz zufällig hier sind natürlich nicht als ich die chance bot sie kennenzulernen kam ich her aber nicht mit hass sondern eher mit faszination ich wollte mehr von ihnen über meinen vater erfahren erhoffte mir antworten auf meine fragen aber ich musste feststellen dass sie selbst ein rätsel sind sogar für ihre eigene tochter sie hätten meine tochter aus ihren kranken problemen heraushalten sollen sie verwirren sie nur es ist vorbei sie weiß es zwar noch nicht aber ich werde bald fortgehen ich bin hier fertig und sie werden nie wieder von mir hören gut aber reden sie lieber direkt mit mir keine heimlich tuerei ich hätte wirklich nicht gedacht dass ein kind von kriminellen so viel für sie bedeuten könnte sie ich gehe bitte vermiesen sie nicht meine letzten momente mit caitlin er erzählt doch nur kurz er ist in lambeth street ich weiß nicht warum was ist jetzt unsere nächste aufgabe finden sie das haus in dem asso hasen schaden man finden das war es nämlich aber umziehen wir haben irgendwas polizei aber wir können hier noch war ja okay der hund auch nicht tatsächlich das ist man bitte partyhut auch wenn wir jetzt erst mal den typen hier zusammen stauchen idiot wo bist du ist gar nicht da unser star in der rolle des hamlet hä wo ist denn der hingegangen nur gut dass ich ihnen in der kneipe zu hilfe geeilt bin holmes am liebsten wäre mir wenn sie mir nicht mehr helfen würden was jeder wenn man den becker nicht hört schlimmer ist dass ich mir die nacht was im rücken verknaupt das klingt unangenehm polizei einsatz 1892 guck mal dann gehen wir mal hier hin 1892 nicht ähm gegen gegen die westministerbande razzia gegen die westminsterbande scotland yard hat mit der hilfe des berühmten privaten privatdetektiv Sherlock Holmes eine razzia gegen eine der gefährlichsten und reichsten straßenbahnen londons durchgeführt die westminsterbande allerdings liegt der einsatz wie von unserer polizei gewohnt nicht reibungslos ab bei der razzia wurde eine unbeteiligte person schwer verletzt dabei handelt es sich offenbar um hagen cole den bruder des kriminellen jack cole die ärzte kämpfen noch um das leben des verletzten aber sind nicht sehr zuversichtlich immerhin gelang es der polizei bei dem einsatz drei mitglieder der bande zu verhaften wobei der anführer der bereits erwähnte jack cole ein wenig später aus mangel an beweisen wieder freigelassen wurde gerüchten zufolge hat die bande enge verbindung zu einflussreichen personen darunter zu richtern politikern und polizeibeamten doch wahre gerechtigkeit schätzt sich nicht um solche dinge oder soll das etwa nicht mehr der fall sein da gefunden so das haben wir schon mal gefunden jetzt gucken wir noch mal nach william äh 1880 william hamilton war ellis vater er wurde mit ihrer unterstützung verhaftet und starb eine zeit später fluchtversuch aus dem newgate gefängnis vereitelt vier straftäter hatten vor durch ein enges abflussrohr aus dem newgate gefängnis zu in london zu fliehen die flucht war erstaunlich gut durchgeplant und sollte am helllichten tag stattfinden wurde aber letztlich durch das schnelle und beherzte eingreifen unserer polizeikräfte vereitelt zwei der insassen wurden dabei geschützt die beiden überlebenden dürfen weiterhin ihre strafe absetzen unter den toten war der frühere verbrecherkönig von london william hamilton william hamilton war 1875 bei einem scotland yard einsatz unter der leitung von inspektor listrat verhaftet worden bei den ermittlungen die zu dieser verhaftung führten hatte der berühmte privatdetektiv Sherlock Holmes eine große rolle gespielt nachdem hamilton verhaftet wurde wurde seine junge tochter unter die obhut ihrer tante gestellt weil ihre mutter bereits verstorben war der typ ist unfassbar nervig fremde unfassbar und er sabotiert halt sehr sehr stark okay dann würde ich sagen ziehen wir uns mal wieder um ich glaube nicht dass wir wir können noch gleich hier ist mal wieder festlich an weil auch nicht überhaupt nicht als sie aussieht oder so muss ich mich immer noch und scheint muss ich mich immer noch tarn das halt so jetzt dann müssen wir wie ein bandit aussehen ich weiß jetzt gerade nicht naja dann ziehen wir uns einfach wieder wie ein bandit an mindestens hatten wir vorher auch nie das was wir dort hatten also können jetzt noch scott und ja zumindest finden sie das haus mit dem typen von phasen schalte haben wir hier irgendwas eigentlich ein bisschen machen wir später wir haben noch nichts hergeleitet ich mich auch gerade nicht sehr leiden wir gehen erst mal nach scott mit jahrt ich muss gleich einmal kurz eine pause machen weil ich mich bewegen muss weil ich gerade so ein bisschen sitzmüdigkeit bekomme sitzmüdigkeit ist auch ich habe eigentlich gut geschlafen ich möchte ja auch nicht wie so ein kleiner gammelfisch hier für euch hier sitzen so alle wissen würde ich gerade so spielen diese ganze hier durch schönen guten tag mr holmes hallo ach das ist der ach das ist der raum mit den gefangenen ich bin auch gerade mega dieser zim burpees worden ist die wache wieder besonders da täuschen sie sich aber was ist das der fall ist neu ich würde sie bitten jack cole festzunehmen wegen versuchten mordes an mir in ordnung mr holmes wir werden das sofort erledigen inspekt der verdächtige wurde festgenommen bitte sehr er gehört ihnen nichts zu danken haums immer vor im echten leben wäre das so einfach jemanden zur polizei zu reden hallo inspektor ich möchte dass sie isabella auf twitch verhaften und plötzlich sitze ich bei der polizei oder was weiß ich auch warum ich hier durch darf okay hier bitte bringen sie diesen verdächtigen zum verhör jack der hammer kohl lang ist her warum bin ich hier tun sie nicht so ob sie das nicht wüssten sie werden des versuchten mordes an mir verdächtigt blödsinn wie früher was sie verhaften mich haben aber nichts gegen mich das richtig wie wäre es mit rache für das was wegen mir und ihrer bande passiert ist oder mit ihrem bruder reden sie ja nicht von meinem bruder hatten wir so naben nur an den augenbrauen passiert so viele halt naben kampf die kette teuer die kette die wirungen dann lieben tätowierungen prügelt sich drei markierung war es ring mit hammer symbol ich erst so da habe ich ein freimauer ring ich sag das jetzt einfach mal so war bestimmt im faustkampf verwickelt verdammt irgendwas ist da falsch der call ist der anführer der westminster bande und besitzer einer illegalen spielhöhle seine wertvolle gegenstände seine wertvollen gegenstände legen den schluss nahe dass er ein wohlhabender mann ist sein leben ist von kämpfen geprägt der hammer ist ein faustkämpfer jack hole ist ein freimaurer ach so ist es ein hammer ne wahrscheinlich ist er selbst verliebt das ist wohl kaum meine schuld sie sind dafür für verantwortlich, dass er ein Krüppel ist. Er war unschuldig. Ein Unfall also. Ha! Ich kann es kaum erwarten, dass Sie mal einen Unfall erleiden. Quod errat demonstrandum. Das ist alles? Wenn ich Sie umbringen wollte, wären Sie schon längst tot. Wissen Sie, was in der Baker Street passiert ist? Weiß ich. Aber ich hatte nichts damit zu tun. Wo waren Sie zu der Zeit? In meiner Kneipe. Die ganze Nacht. Klar. Nee, ist klar. Vielen Dank fürs Gesundheit wünschen. Wertvolle Beute. Fotografie. Rally Mohawks. Wertvolle Beute. Na, dem voller gestohlenem Silberbesteck, den ich in Ihrem Geheimraum gefunden habe. Was? Wie? Sie waren im Geheimraum? Das ist nicht gestohlen. Ich hätte wenigstens versuchen können, zu leugnen. Das ist ein... Ich kaufe oft verschiedene Sachen. Das ist alles ganz legal. Klar doch. Ganz bestimmt. Deswegen ist es auch ein Geheimraum. Was? Was hat mir dieses Gespräch jetzt überhaupt gebracht? Bei einem Polizeieinsatz, den sie 1892 organisiert hatten, wurde ein Unschuldiger, Hayden Cole, der offensichtlich Jack Fritzbruder ist schwer verletzt. Jack Cole gibt Ihnen die Schuld am Schicksal seines Bruders, der bei der Polizei... Das kann ich aber auch irgendwie nachvollziehen. Und untersuchen Sie seine persönlichen Gegenstände. Aha. Persönlichen Gegenstände haben wir auch noch. Ich weiß nicht, ob dieses Gespräch mir jetzt irgendwas gebracht hat. Wow. Das ist ja... Der Hammer. Wie einfallsreich für einen Schläger. Ja. So, wieder da. Willkommen zurück, Fremde. Zigaretten. Boah, diese Boxen fand ich früher richtig cool als Kind. Ich glaube, irgendeiner aus meiner Familie, meine Mutter hatte die früher, glaube ich, noch. Das war richtig cool. Recht teure Zigaretten. Oder? So ein bisschen mehr Geld. Ich meine, hat auch Liebesgut. Also warum nicht, äh... Ne? So. Der Callbefreiung ist damit erstmal abgeschossen. Mr. Holmes. Mr. Holmes. Kann ich helfen, Mr. Holmes? Guck mal, die beiden sind immer noch hier. Ich hab die verschwinden, auch nicht mehr hier. So, da müssen wir jetzt noch rausgucken, wo der andere Typ wohnt. Worum geht's eigentlich hier in dieser Mission? Eigentlich nur darum, rauszufinden, wer den Anschlag auf mich verüben wollte, oder? Schreib noch mal kurz, mein Freund, was? Bild ansehen. Bild ansehen. Was? Hast du. Unser Verdächtiger mit seiner Familie vor ihrem Wohnhaus. Also es hat keine Treppe. Und ne Laterne da oben. Kriege ich hin. Wie gesagt, ich schreibe nur kurz was. So. Keine Treppe. Aber es hat auch... Dann nehmen eine Wand und so eine Laterne. Sollte nicht so schwer sein. Aber ich glaube, wir haben es schon gefunden. Gott sei Dank, klopfen wir auch einfach. Einfach die Tür auf und gehen rein. Fertig. Guten Tag, Madame. Guten Tag, Sir. So, wer sind sie? Bist du nervös? Ich bin nichts... Hat eine Brille? Die Augen. Also es ist so... Als ob... Heilige Bibel. Vielleicht kann ich den hier reingucken. Scharfehlte, religiöses Bild. Ist Jesus, aber ist egal. Kreuz. Protestantin. Jeremias Mutter ist eine religiöse Frau im mittleren Alter. Sie lebt recht ruhig zurückgezogen, geht nur selten aus dem Haus. In ihrer Wohnung befinden sich religiöse Bilder und Symbole. Sie ist kurzsichtig und trägt eine Brille mit starken Gläsern. Ich möchte zu ihrem Sohn. Jeremiah? Er ist nicht zu Hause. Kann ich Ihnen einige Fragen über ihn stellen? Vielleicht gehen wir besser rein. Ich weiß nicht, wer Sie sind, Sir. Aber ich muss Sie bitten, jetzt zu gehen. Mit Fremden will sie nicht reden. Meine Mission ist jetzt, verkleiden Sie sich, um das Vertrauen von Jeremias Mutter zu gewinnen. Bis ich mich jetzt als Jeremiah verkleiden, oder was? Ich habe mal eine Idee. Eigentlich wollte ich gleich noch ein bisschen Overwatch spielen. Also mache ich gleich wirklich noch ein Päuschen. Als Pfarrer. Ja. Du hast natürlich recht. Sie sehen, aber Sie beobachten nicht. Der Unterschied ist klar. Ja, also wie? Örbchen? Örbchen. Wie ist der Name? Als Pfarrer? Ja, natürlich. Wieso denke ich denn an sowas nicht? Oder als Seelsorger? Ich glaube, ich habe nur Seelsorger. Ich glaube, Seelsorger und Pfarrer ist, glaube ich, relativ. Oder gab es da? Ey, warte mal. Gab es da Pfarrer oder bin ich jetzt? Seelsorger ist top. Getarnt. Aber wir sehen ein bisschen zu. Ich möchte wenigstens die... Jawohl, das sieht doch... Das sieht doch vertrauenswürdig aus. Zuerst sollte ich mit Wiggins reden. Wiggins? Ich habe das gelesen. Zuerst sollte ich mit Wiggins reden. Er ist immer in der Baker Street. Ist der Junge, ne? Sehen wir... Wiggins? Ist das nicht Wiggins schon sogar? Wiggins. Exorcismus. Protokoll 2.5. Lambert Street. Klar, verlassen Sie sich auf uns. Was? Was passiert jetzt? Der goldene Hahn. Der Tod eines Hans hat zwei Personen das Leben gekostet. Bei dem Streit, der auf das Ableben des Hans folgte, erlitt Dick Merman. Der Gentleman, dem vorgeworfen wurde, das erwähnte Federvieh getötet zu haben, eine tödliche Stichverletzung. Und sein Vater, der ihm zu Hilfe eilte, wurde zu Tode geprügelt. Die Dubois-Brüder, die beiden Männer, die für diese beiden schrecklichen Taten verantwortlich sind, befinden sich seitdem im Gewahrsam von Scotland Yard. Wie schön. Dann schauen wir mal. War böse Cringe, okay. Bin gespannt. Bitte nicht spoilern. Ich meine, ich habe gerade aktiv gefragt, was ich machen soll, weil ich kurz verwirrt war, aber bin gespannt. Wir sind bereit. Verdamm. Wir sind bereit. Ich mache rein, ne? Nur Tatsache. Alles gut. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, du bist auch gerade einmal so reingegangen. Müssen wir jetzt da hoch klettern. Ich muss irgendwie die Aufmerksamkeit von Jeremiahs Mutter wecken. Oh nein. Oh nein. Vielen. Das könnte jetzt eine Freude dauern. Ja, das hat übrigens das... Kleiner Bengel! Steh ab vom Zorn und lass den Grimm zirne nicht, dass du nicht auch übel tust. Vielen Dank, Vater. Sie sind so nett. Diese Bengel machen immer Ärger. Aber so bleiben nur meine Manieren. Kann ich Ihnen zum Dank eine Tasse Tee anbieten? Ich weiß nicht. Gott segne Sie, Schwester. Ich heiße Margaret Thorne. Es ist eine Ehre, dass Gott Sie geschafft hat. Keiner Bengel. Sie wirken traurig, Schwester. Etwa wegen diesen Kindern da? Oh nein. Wegen meinem Sohn. Jeremiah. Ich fürchte, er macht schlimme Dinge. Wie schlimm? Ich weiß nicht. Er ist so nervös geworden und wütend und grob. Dabei war er früher so ein lieber Junge. Mittlerweile verbringt er gar keine Zeit mehr mit uns. Nicht mal mit Janet, seiner jüngeren Schwester. Er verkriecht sich immer in seinem Zimmer, schließt die Tür ab und öffnet sie für niemanden. Und wo ist Ihr Sohn? Ich weiß nicht. Er ist gestern Nacht nicht heimgekommen. Ich mache mir solche Sorgen. Vielleicht ist er ja wegen seiner Arbeit weggeblieben. Wo arbeitet er? Ich weiß nicht, ob er überhaupt arbeitet, Vater. Wenn ich ihn danach frage, wird er wütend und sagt nichts. Vielleicht haben seine Freunde einen schlechten Einfluss auf ihn. Keine Ahnung. Er redet nie von seinen Freunden. Als Seesor kommt man schnell zu aus, ja. Ich verstehe nicht, wie die Brille da so hellt so richtig. Grämen Sie sich nicht, Schwester. Sie haben gut daran getan zu beichten. Ich kann das Böse in diesem Haus wahrlich spüren. Gute Einstellung, bei mir nicht. Bei mir kann auch keiner mal eben so schnell rein. Musik, ey, in diesem Kapitel ist generell super unheimlich. Unheimlich. Feuer und Flammen zum Kochen seid ihr und nicht für böse Dämonen. In Fahrrad, das ist... Nein! Ah! Jetzt sieht es mir an, wie Scary Movie 1. Ich weiß es leider nicht. Was haben wir hier? Exorzismus-Kommando, ey. Schütz die Tatfe! Vor Dämonen! Mein Schütz die Tatfe! Schütz die Tatfe! Schütz die Tatfe! Es ist so geil! Scary Movie is nice! Ja, aber ich hab den schon lange halt nicht mehr gesehen, aber... Rekal und Bücher! Versessenes Holz und Blatt! Vertreibt eure Worte! Vor allem, wo stehen die Kinder eigentlich, bitte? Hier müsste... Der muss ja in dem Raum da sein. Haben wir hier noch irgendwas? Ach ja, hier. Der steht jetzt in der Luft, in der Theorie. Huch! Scherdoch! Etwa der Teufel in dich gefahren! Oh, Vater! Helfen Sie uns! Hör aus! Geh! Aus! Geh! Geh! exonismus 2.5 wie sie dann hat sich der dämon jeremiah zimmer eingenistet ich sollte da alleine reingehen gott helfe uns schwester warten sie draußen das wird ein harter kampf werden ich mache was sie sagen die arme frau sie ist so naiv erst mal die komplette bude zerstört ja mein gott ein bisschen exorzismus zu fliehen ist ja ein exorzismus muss ja auch mal seine das ist wohl janet jeremiah schwester ist das nicht so 08 15 typisches bild aus dieser zeit also das bild kommt mir voll bekannt vor so einer spule kann man eine bombe bauen das ist ein bauplan für eine bombe das alles reicht um jeremiah hinter gitter zu bringen offenbar wurde dieser brief im zorn zerrissen ich sollte die schnipsel zusammen setzen um den text lesen zu können es ist gut das ist ein hochkant brief ne ah dann ist das ja noch easiger als ich denke hier gerade da hin das kommt hier oben irgendwie kurz mal hin das ist hier rein kommt dann hier rein und evola das scheint ein droger zu sein gute alte schreibschrift dass ich der pfeil nennt habe ich ein payload schön dass du da bist gg das ist ja easy sowas zusammen zu basteln erstmal die komplette bundes ja ich will dich nur daran erinnern dass wir in einer schlechten und gnadenlosen welt leben vor allem für typen die ihre versprechen nicht halten am ende wäre es doch sehr schade wenn jemand die sehr viel bedeutet wie etwa deine schwester in einem freudenhaus landet der fall möchte nicht der der pfeil er stand 1888 im mittelpunkt eines berüchtigten falls dann zurück in die baker street auf die zeitungen das war's die zeit und ist gebannt vielen dank gesegneter vater beten sie jetzt jeremiah's seele schwester auf wiedersehen gott sei gesegnet wiedersehen an freundenhäusern ist nicht schlimm an freundenhäusern ist nur schlimm wenn die frauen nicht freiwillig in den freund freundenhäusern arbeiten rein in die zeitung batman exakt und ich glaube das läuft darauf hinaus dass diese dame eben die schwester dann im freundenhaus anschaffen muss was sie nicht möchte wohl hatte ist müssen die besten betrüger gewesen sein in der zeit eigentlich schon auf jeden fall doch ja definitiv wo ist keines müdes kann nach was los bei der ruhe hast du lange in der nacht heute gezockt ich bin schon locker es ist mein beruf zu wissen was andere nicht wissen dumm bist du war das 1888 jahre jack the ripper da kommt es gott und ja uns gott und ja das ist gelungen dem richtigen anführer der wahlwerf band percy der flemming ding fest zu machen die wahlwerf bande waren zahlreiche kriminelle aktivitäten verwickelt darunter erpressung und das betreiben mehrerer bordelle von denen das berühmte sowohl der weiße schwan in london ist der politik als ein satz hatte ernsthafte finanzielle konsequenzen für die bande der fall wurde vor gericht für schuldig befunden und zu sieben jahren haft verurteilt gefunden ich weiß nicht in welchem jahr wir gerade sind das gerade immer so ein bisschen problematisch jetzt kommen wir zu listrat wieder gehen und sagen hallo bitte verhaften sie den und den alt aber flauschig und aber auch ein bisschen platt werde alt ach ja das schon aber ist ja nicht schlimm möchte jetzt endlich wieder festlich aussehen muss ja auch nicht getan sein so meinst du ja nur eher nur zu listrat nach scotland jahr taha keiner traut sich gottes name zu missbrauchen spendet für gott gott braucht ein palast ja aber auch eine payload auch heutzutage hast du noch solche skandal fälle wie zum beispiel der bishop von in burg das ja auch nicht vergessen eigentlich wie gesagt ich wollte eigentlich auch noch overwatch ein bisschen spielen aber irgendwie bin ich hier gerade im spiel verfangen ich habe einen verdächtigen percy flemming können sie ihn festnehmen ich werde sofort den befehl erteilen dass der hammer wir haben auch den zweiten verdächtigen geben sie es zu wir von scotland jahr kümmern uns um sie oder nun tot würde ich ihnen auch nichts nützen das ist das das ist die ganze zeit schon so ein kumpel kannst du mal dem ding festmachen ja du bist nur so ok ein g-stock einer frau das ist geschmacklos aber die man muss dazu sagen aber die frau sind wirklich nicht sehr detailreich bearbeitet erarbeitet erarbeitet eine spintrier eine bordell münze aus dem antiken rum es gab bordell münzen früher wie kitzig ihre bordelle im antiken rum zurzeit waren ist so schnell immer aus dem game mit der webcam ich habe wechsel quasi im obs die szenen ich habe eine szenen wo die webcam nicht eingebunden ist und dann kann ich die quasi mit tastenkürze immer einfach hin und her switchen hast jetzt alle deine place ja ich brauche mir meine placements fertig mit anderen worten so erst mal einfach ein paar jahre gute arbeit leisten und dann kann ich einbuchen lassen den ich will ja ich finde es halt doof in den cut ziehen soll soll man auch die cut ziehen sich angucken können und ja sonst ist das immer doof er ist alles nicht lehnen es ist alles irgendwie ruski sieht nach kodierten notizen ist alles ruski oder es ist einfach nur kodiert bis bringen sie diesen verdächtigen zum verhör guten tag der versager sie wissen doch was in der baker street vorgefallen ist als versager würde ich mich da nicht bezeichnen geht mir sonst wo vorbei er ist ja sympathisch wie unüberraschend er hat eine narbe wann fäden wurde als kind lagen das also würde ich jetzt nicht na jetzt nicht so versiert wird sich unwohl deswegen für das dann fühlt man sich dann unwohl wenn man so ein steckchen hat der dünger aus dem westgate gefängnis gewöhnliche titel habe ich eher so eine band klung kling kling mehr ringe pralerisch es war eine gute charakter tanky code wir haben nur noch drei charaktere oha percy flaming auch unter dem namen der fall bekannt ist der anführer der warwolf bande und betreibt mehrere bordelle seine geschäfte laufen gut er ist ein wohlhabender mann flaming ist eine modebewusste und exzentrische person die auf ihr äußeres gut achtet die narbe an seinem gesicht stammt höchstwahrscheinlich aus einem der zahlreichen bandenfäden in der er verwickelt ist der fall hat sieben jahre im westgate gefängnis gesessen und befinden sich erst seit kurzem auf einem fuß was haben sie vor zwei tagen um circa 1 uhr nachts gemacht ich war im weißen schwan im weißen schwan also in ihrem bordell das zählt nicht wirklich als alibi für was brauche ich ein alibi was ist das für ein zettel keine ahnung er war unter ihren sachen ja und machen sie geschäfte mit einem jack der hammer coal ja mache ich er bringt ab und an mädchen vorbei aber er ist dumm ein hitzköpfiger clown nun an ihrer stelle würde ich mir sorgen machen ja er hat erzählt was sie seinem bruder angetan haben und kurz gesagt er hasst sie überraschend sagt in der name jahre meyer vielleicht etwas nie gehört was ist mit diesem drohbrief der ihre unterschrift trägt ach jetzt erinnere ich mich drohbrief nach was wer soll ihn nur an seine schulden erinnern nur eine kleine summe aber es geht ums prinzip woher kennen sie ihn er kommt immer wieder vorbei und bettelt um arbeit er redet unsinn ist nicht ganz dicht ich will noch mal einmal was gucken weil ich habe jetzt erst die sachen von dem ein verhältnis zu percy akku sagen sie welche geschäfte machen sie mit percy flemming was gar keine geschäfte mache ich mit der andere sagt was anderes sie versorgen ihn doch mit mädchen das hat er gestanden na dann lügt er warum sagst du denen dass ich dich mit mädchen versorge wovon redest du da kann ich ihn jetzt noch mal ansprechen wie lange wird das dauern anscheinend nicht so liebe leute war jetzt ganz kurz päuschen ich finde glaube wir sind gerade an einer guten stelle ich war mal eben wir müssen jetzt immer noch was wir machen müssen ich habe jetzt gerade sowieso jetzt sowieso erstmal ein bisschen clueless wir müssen halt gucken wie wir das entziffern können mercy percy flemming hat ausgesagt dass jahre meyer auf arbeit gebettet hat um geld zu verdienen zu können weiß wie flemming ausgesagt der kohl frauen für seinem bordell liefert der fall hat jahre meyer damit gedroht dass er seine schwester ins bordell schickt er war zuvor im jahre 1888 in einem skandal verwegt also ich habe aktuell gar keinen plan was hier eigentlich abgeht wir haben wahrscheinlich hier auch ganz viele tolle begriffe ja haben wir richtig viele haben wir irgendwann mal gucken ob wir beim nächsten mal was herleiten ich möchte jetzt einfach zu obber drüber